krassen weiter ja disconnected jetzt habe ich gerade neu gestartet mal ja 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 was passiert ja wir haben hier eine person die hat sich beim schwimmen oder was im algen verheddert unter wasser festgehangen konnten mehr raus die medizin haben sie erst versorgt mit sauerstoffflasche um versucht sie rauszukriegen aber kein erfolg ich habe jetzt gerade eben jemand von der küstenwache erreicht ist unterwegs um sie rauszuholen alles klar ich habe versucht aber sie ist nicht mehr aufzufinden ja ich wie gesagt ich habe mit einem von der küstenwache gesprochen die kümmern sich gleich darum also die damen lebt und zur letzten zeitpunkt hat sie gelebt haben sie jetzt gerade versucht noch mal zu zu finden aber sie ist gerade nicht mehr aufzufinden ist wohl weggetrieben oder irgendwas ich weiß es nicht ja jetzt muss man kurz warten bis sie da sind ja vielleicht der kollege steiger oder so ich mir ist gerade ja ich rufe gerade an wie ist der name man ist gefunden ich habe ich habe alles da drüben 912 an keinen erreichen an der leitstelle besucht und soll ich die frau walker anrufen ich vermute fast das schlimmste das hier ausgespielt wurde wie gesagt küstenwache ist unterwegs ich wollte die polizei nicht eigentlich mit einem boot kommen ja das problem ist unsere boote haben gerade wahnsinnig okay alles klar ja ja okay versteht ja ich glaube ich würde gleich noch mal richtung hier rein hüpfen warten am besten kurz bis die küstenwache ist okay gut dann warte ich warte dahinten da hinten ist jemand da hinten siehst du nee naja doch da oh gott wir sind angespült worden ja kannst du uns hören hallo hallo der porno rennti wird direkt spitz ich will mal puls puls vorhanden ich geh schon holen ja puls vorhanden sehr schwach ok kann jemand eine taschenlampe war kein kein atem hat jemand von ihnen eine taschenlampe ok Frau hochbrustdruckmassage kann dann kein atem rassen ja telefonierst du ja ja ich wollte jemanden im md erreichen aber ist keiner zu erreichen jetzt die nummer die ich habe eine Decke und eine sauerstoffflosse leider ok ich veratme 1 2 1 Hallo Fischer Hallo ok ich glaube sie ist wieder da sie ist wieder da stabile Seitenlage ihr müsst euch besser nicht raus ok ok drehst du 1 2 wir müssen dich ein bisschen drehen ich lass mal die frage wenn wir die hier wegkriegen haben sie zufällig was zu trinken dabei hm nur die Zigaretten nur die Zigaretten zum trinken ne ich hab auch nichts dabei es tut mir leid 1 2 3 3 3 hopps alles klar alles gut ok wir gehen mal ein Stück zurück alle streiten bitte einmal in Pili einbefinden Ende wer ist das denn Gaffer entscheidend oder ja mal fragen wer es ist wer ist das also wieder so ein Zeitungsmann der lügt Entschuldigung können wir ihnen helfen ist alles ok daher nein ich warte eigentlich auf meinen kollega ich habe das ja gesehen und ich warte hier eigentlich noch ok gehen sie bitte da hoch ja solange ja natürlich wenn ich irgendeine Elfen kann haben sie mir Bescheid ja natürlich alles gut alles gut danke ok dann komm wir bewegen uns mal Richtung Süden wir haben das ja im Griff war das? äh ne wir ziehen hier ab ja alles klar ja leitstelle für die 92 kommen so bevor ich es vergesse leitstelle hat für sie oh ja wie viel die dame konnte jetzt aus dem wasser gerettet werden wir bleiben noch vor Ort unterstützen die rettungsmaßnahmen bis dann auch wieder frei kommen ok ok minus 2 tankrechnungen ähm 40 und 48 70 wie wir da haben sie jetzt nämlich checks zu verstanden 92 ende also von den führerscheinprüfungen habe ich insgesamt 1.700 Dollar die kann ich ihnen jetzt sofort geben dann nehmen sie zahlen sie mir 1.600 und den Rest behalten sie wie in dem tanken alles klar ich bin Mike Murphy falls sie sich das notieren möchten dann äh soll ich mich dann aus dem schwarzen Brett aus der Liste wieder raus löschen alles klar dankeschön ja ok ok ja ich hab zu dank wir brauchen nochmal echt irgendwie so Offroader hier für ja das hat der Herr Johnson auch ja nachgefragt wegen dem Norden gerade jetzt wo wir da irgendwie verdächtige Machenschaften haben dass wir da überall mal hinkommen was haben wir da? Machenschaften Sir wieso? achso achso hat ihr auch erzählt mit der Mule und so achso achso wie ein äh ja das ist ja das ist ja schon ziemlich also das Opfer was verschleppt wurde sagte Mule und dieser komische Jeep ja ja ich weiß wir müssen mal gucken ob der eigentlich noch da steht ne? genau da müsste man eigentlich immer wieder gucken ja die brauchen da halt auch Detektives ja ich hab schon jemanden den ich da wahrscheinlich äh hinbefördern würde muss kehren aber ja PD 66 Funk check check weg so wir fahren mal kurz zum LSPD da sollen wir uns hier einbefinden und dann machen wir eine Streifung von den Süden alles klar ich check nochmal Funk 73 Funk check check ach Gott sei Dank oh rechtsabbiegerspur haha hallo guten Abend hallo so Leute jetzt gehts weiter endlich mit Walter Weiß wir hoffen mal dass es keine Serverabstütze gibt wir hoffen dass es keine Crashes gibt wir hoffen auf gar nichts wir haben einfach nur Spaß äh der TeamSpeak hat ein bisschen rumgeleckt aber das sollte wohl jetzt auch gehen ähm Ja, wir hatten in letzter Zeit immer mit Serverproblemen zu kämpfen, wie ihr wisst, ja, und wir haben wohl die Lösung dafür gefunden, sage ich ganz, ganz vorsichtig. Heute ist noch kein Crash passiert, alright? So, sind wir alle da? Ganz kurz, Chief, ich weiß, das ist ein vielbeschäftigter Mann, aber ich würde Ihnen ein bisschen Geld zu stecken. Ja, kommen Sie. Wie viele haben Sie? 640 insgesamt, ein Teil habe ich schon von Oral gegeben. Leitstelle der Beschleife, so kommt. Leitstelle hört, kommen. Ja, haben noch eine Dringlichkeitsmeldung eines Bürgers, angefahrene, verletzte Person, schauen Sie uns ganz kurz an, von der PD kommt. So, verdammten, kommen. Dankeschön, da ist der Batzer. Dankeschön, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und läuft alles gut? Ja, so weit, der normale Wahnsinn. Und bei Ihnen, Chief? Ja, ach. Ich höre nur von vielen Bürgern, dass Wiesel News da wohl Probleme macht. Ja, ich muss auch noch eine Anzeige aufnehmen von die Knussmann. Da wurde von die Wiesel als Chefredakteur ziemliche Scheiße über den Herr Knussmann berichtet. Verzeihen Sie das. Ja, okay. Alles klar. Gut, dann fangen wir mal an. Sind alle Streifen im LSPD kommen? Äh, negativ. Äh, negativ. Äh, eine Streifen noch draußen, behandelt gerade noch einen Verkehrsunfall. Eine Person liegt hier halbbewusstlos auf dem Boden. Check. Gut, wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Leute. Plus zwei noch unterwegs. Okay, Leitestelle teilen Sie ein? Ja. Bisschen lauter, bitte. Äh, gibt's jetzt nicht die Besprechung, Sir? Buch? Besprechung? Ja. Warten Sie. Deswegen hab ich alle ins PD gerufen, Sir. Ah, ach so. Sie haben recht. Entschuldigung, heute ist ja Freitag. Entschuldigung, ist langer Tag. Hab sehr viel Serien geguckt. Ähm, ja, dann gehen Sie doch schon mal bis auf die Leitstelle. Eine Leitstellenperson kann das übernehmen. Äh, gerade eben alleine. Ja, ich bleib hier. Okay, dann gehen Sie doch bitte schon mal hoch in den Besprechungsraum. Äh, Entschuldigung, ganz kurz noch. Haben Sie kurze Zeit? Äh, worum geht's denn? Es geht um die Führung von die Akten-Systemen und von die Personen-Akten. Okay. Mir ist aufgefallen, dass da eine ziemliche Chaos ist. Das habe ich schon die Commander gesagt. Nein, Herr Kassel, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls ist das eine ziemliche Chaos. Und das stimmen teilweise Telefonnummern nicht. Die Wohnortbestimme nicht. Könnten Sie das bitte, bitte noch mal ansprechen? Ich weise eh schon jeden Kollegen drauf hin, aber es ist eine ziemliche Chaos. Okay, alles klar. Die Telefonnummern der Bürger stimmt nicht, meinen Sie? Zum Teil, ja. Zum Teil ist nichts eingetragen, zum Teil fehlen zwei Ziffern. Ich mache immer nach die Führerscheinprüfung, hole ich die Herrschaften an die Computer und gleiche nochmal die Daten ab. Okay. Weil die Leute sind schon einmal in die LSPD und dann können wir das auch abgleichen. Du musst jetzt auch keine Führerscheinprüfung machen oder so, dass ich jetzt noch warten werde. Dann müssen wir sowieso machen, wenn einer ins PD kommt. Und was ich will, immer die Personenakte aufrufen. Eigentlich, was immer. Geben wir mal hoch, kommen Sie. Da haben Sie völlig recht. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gerade spielen auf Lucky 5. Ich glaube, 180 sind gerade auf dem Server. Der Herr Davis ist halb illegal. Warum? Keine Personenakte, kein Geburtsdatum. Ach Gott. Keine Telefonnummer. Personalakte, ich glaube, das ist so gut, ich konnte alle Mitarbeiter nachgetragen. Ja, das darf nicht, äh, jetzt dürfen wir nicht schleifen lassen, sonst bricht das System zusammen. Das ist eigentlich, äh. So, wir machen es kurz. Ähm, es hat sich einiges in dieser Woche angestaut. Was ich ganz kurz mit Ihnen besprechen werde. Wir werden ja immer weniger. Äh, Beförderung heute? Da komme ich gleich zu. Ähm, fangen wir mit der ersten Sache an. Schön, dass Sie da sind. Ähm, irgendwie werden wir immer weniger. Letztens standen heute 30, Kollegen. Wo sind die denn alle? Es gibt eine Regulierung, wenn Sie länger als 5 Tage, ich werde es aber jetzt verkürzen, auf 3 Tage, unentschuldigt nicht im Dienst erscheinen, werden Sie fristlos gekündigt. Wir haben jetzt so einen, äh, massiven Andrang im LSPD. Dann möchte ich lieber Stellen freischaufeln mit, ähm, dann mit, äh, einer Arbeitsmoral, dass die Leute dann viel mehr, ähm, Geld dem Staate einbringen. Weil, wenn Sie mal gucken, Sie kosten alle Geld. Und das muss letztendlich auch irgendwie refinanziert werden. Und wenn dann einer hier eine Stelle belegt, und wir machen eine Einstellung stoppt, dann muss der natürlich dann einfach entlassen werden, wenn der sich nicht mehr meldet. 3 Tage jetzt. Ja, Herr Carsten? Anstatt 5. Ja. Okay. Äh, Sie dürfen natürlich 3 Tage frei machen. Sagen Sie kurz Bescheid. Eine SMS wird sogar reichen. Ja, genau. Und dass wir Bescheid wissen, bitte. Sie können das ganz einfach machen. Sie gehen einfach an den Leitstellencomputer und tragen einen im Urlaub bis in Ihrem Status. Das reicht schon. Dann wissen wir Bescheid. Äh, es wird heute keine Beförderung geben. Die Beförderungen sind ausgesetzt für 2 Wochen. Ich erkläre Ihnen auch, warum. Ähm, mir ist, ich habe mir das Aktensystem, äh, unserer wunderschönen Behörde angeguckt und mir ist aufgefallen, dass Telefonnummern nicht stimmen, Kennzeichen werden nicht richtig eingetragen. Ähm, die Personenakten sind nicht voll. Teilweise sind Leute illegal hier, die aber einen Führerschein oder einen Ausweis haben. Und bis das funktioniert, wird es keine Beförderung geben. Das heißt, wir können so als Bundespolizei nicht richtig arbeiten, da sie ihren Job schlampig machen. Und, äh, das kann ich nicht verantworten, weil wenn wir jemand Kriminelles auf der Straße haben oder wir haben Verfolgungsjagd oder jemand, äh, fährt, äh, fährt, klaut eine Karre oder sowas, dann müssen wir auf jeden Fall, ähm, die Kennzeichen überprüfen können. Da sie die nicht eintragen, können wir das nicht machen und derjenige wird permanent auf reinen Fuß gelassen. Das ist die Schuld von Ihnen allen, weil Sie das nicht richtig führen. Bitte. Laut und deutlich. Respekt, Sir. Ähm, die Personenakten, da gebe ich Ihnen recht, die sind teilweise nicht sehr vollständig. Das liegt aber daran, dass auch bei der Einreisebehörde das irgendwie nicht eingetragen wurde. Jeder kommt hier hin und macht einen Führerschein. Warum fragen Sie nicht nochmal nach? Gleichen die Daten ab? Erklären Sie mir das? Das machen wir ja, aber es war ja vorhanden, eine Woche. Da hatten wir öfter das Problem, dass wir Personen irgendwie hatten, die noch gar keine Akte haben. Gut. Trotzdem. Was bedeutet das? Wenn die keine Akte haben, was kann das bedeuten? Das ist illegal. Zum Beispiel, dass der Führer, der Ausweis, wenn sie einen haben, vielleicht gefälscht ist. Wie verfahren Sie mit den Leuten? Haben Sie die? Leitstelle für Streit. Wir haben Fallakten dafür angelegt. Gut. Leitstelle hört kommen. So, ich werde mir das angucken. Ich habe Ihnen damals gesagt, Skodrei Krankenhaus, weil kein Mediziner Zeit hat. Im Anschluss kommen wir dann als PD. So, verstanden. Kommen. So, ich habe Ihnen damals gesagt, dass das Polizeisystem das A und O ist. Sie sollen sich eine Fallakte als Beispiel nehmen. Da gibt es sogar ein Musterbeispiel und dennoch sieht jede Akte anders aus. Genau wie die Personenakten. Da gibt es überall Musterbeispiele. Ich habe Ihnen sogar jedem Einzelnen gesagt, dass Sie einfach die Walter Weiss Musterakte nehmen. Und trotzdem ist da ein Chaos drin. Ich verstehe nicht, ob ich irgendwie Spanisch, Italienisch, Französisch spreche, aber das ist doch nicht schwer. Ja? Sie kopieren einfach etwas raus und ersetzen es. Bitte? Reden Sie? So, Problem mit Kennzeichen ist ja erkannt worden. Wir sind momentan ja davon abhängig, dass die Leute, sobald sie ein Kfz zulassen oder erwerben, bei uns auftauchen und das Kennzeichen bei uns registrieren lassen. So kommunizieren wir das auch momentan in die Bevölkerung. Das macht nun nicht jeder. Sofern die Leute zum Führerschein kommen und schon ein Kfz haben, tragen wir die natürlich ein. Aber es geht trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, auch seitens der Bevölkerung, der Wille ist da nicht so groß. Also wir müssen dann einfach auch Glück haben, dann die Leute in dem Moment auch zu erwischen. Aber wenn Sie jemanden, ich habe Ihnen damals gesagt, vor einer Woche, machen Sie verstärkt Verkehrskontrollen, ziehen Sie die Leute rechts ran und nehmen Sie die Daten auf. Daten, 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 Daten. Wir brauchen die Daten. Sonst können Sie die Leute, wir haben super viele Menschen in der Stadt, die wir nicht mal kennen. Wir müssen diese Leute kennen. Damit wir nämlich hinterher, die Detektives, ein Netz voller Ermittlungsstränge aufbauen können und wir zurückverfolgen können, wer was wo gemacht hat. Verstehen Sie? Und damit wir die Kennzeichen alle haben, die Personen untereinander verbinden können, damit wir ganz einfach ermitteln können. Dann noch eine andere Sache, die ich ansprechen wollte. Der Süden von Los Santos ist aktuell sehr dicht bevölkert. Wir haben jeden Tag dort Massenschlägereien, Schießereien, da werden Leute niedergestochen. Das Autohaus ist extrem in der Kontroverse. Außerdem ist es so, dass jetzt Reason News einen Artikel veröffentlicht hat, welches das Ganze nochmal befeuern wird. Ich gebe Ihnen einen Rat und auch ein Pflichtbewusstsein mit. Also eine Aufgabe. Der Süden wird ab sofort nur noch mit zwei Streifenwagen befahren. Mit jeweils vier Cops. Also zwei, zwei. Die fahren da nicht mal alleine durch. Haben Sie das verstanden? Wenn Sie einen Einsatz kriegen und Sie sind alleine in der Streife, dann ist das eine Ausnahmesituation. Also wenn Sie alleine im Dienst sind. und so fahren Sie immer zu zweit in diesen Brennpunkt und werden diesen Einsatz abhandeln. Eine Streife sichert ab, während die andere Streife den Unfall oder was auch immer aufnimmt. Sie müssen dort auch nicht wie John Rambo reinfahren mit Code 3. Je nach Gefahrensituation, wenn jemand niedergeschlagen wurde, dann können Sie mit Code 3 reinfahren. Wenn Sie aber merken, dass ja nur ein Verkehrsunfall ist, fahren Sie ganz entspannt dort rein. Keine unnötige Provokation. Wenn Sie sich da mal genau umgucken, Sie werden sehen, was ich meine. Keine unnötige Provokation. Und wer da sich Fehltritte leistet und dort die Gemüter noch weiter anhitzt, der kriegt dann auf jeden Fall hier mit Konsequenzen. Der muss mit Konsequenzen rechnen. Ja, bitte? Gibt es da eine gewisse, ich sag mal, Grenze sozusagen? Also ab wo die sogenannte Zeit begeben? Ab der Mall. Also Outdoor House ist praktisch die Grenze. Sie sollten ab dem Punkt nicht mehr alleine da rumlaufen oder fahren. Es ist so, dass dort die Leute, die sind extrem aggressiv, weil die haben sehr viel Freizeit, haben keinen Job und das Ding ist, die haben auch kein Geld. Ja? Und dadurch passieren die Überfälle und die müssen ihre Mieten bezahlen und so weiter und brauchen Geld. Und dann können Sie sich ja überlegen, wie das passiert und was da passiert. So, hat jemand noch eine Frage erstmal? Okay, ich will bitte, dass Sie unbedingt an diesem Aktensystem arbeiten. Unbedingt. Das ist unsere Waffe. Unsere Waffe ist nicht unser Taser, unser Schlagstock oder unsere Pistole, sondern das Aktensystem. Die werden hinterher sehr dankbar sein, dass sie das haben. Wenn Sie das aber schleifen lassen, dann können wir die Leute auch direkt alle gehen lassen. So, ich möchte jetzt, dass Sie wieder Streifen bilden, Zweierstreifen und die Stadt sauber halten. Es sind viele verrückte Menschen da draußen. Okay? Gut. Die nächste Besprechung ist, die planmäßige nächste Besprechung ist am nächsten Freitag um die gleiche Uhrzeit. Wenn dazwischen was kommt, werden wir Sie informieren. Vielen Dank. Herr Weiß, kann ich Ihnen gleich schon das Geld für Führerscheine geben? Wie viel haben Sie? 160 Dollar. Dann geben Sie noch bitte rüber. Ja, da habe ich auch noch einiges. Ja. Vielen Dank. Danke schön. Danke schön. Sie haben auch noch was, Herr Edkus? Ich habe auch noch was für Sie. Moment. Kommen Sie doch mal gerade her. Ja. So, eine Sekunde. Ja. Aber es wird nachher gerne mal wegen den Einsätzen mit Ihnen reden. Es gibt, glaube ich, wir haben kein Gesetz dafür. Da gibt es ein Problem, dass wir halt jetzt Stadtbekannt langsam sind. Aber ich mache mal nachher. Gesetz erlassen. Ja, wir müssen uns erst mal gleich gucken, was überhaupt in der Stadt los ist. Es brennt wohl überall gerade. Ja, ich weiß. Wir sind ja auch hier vor Ort. Ich gebe Ihnen mal hier, das sind die 160, die wir heute eingenommen haben. Ja, danke schön. Okay, sehr gut. Ja. Gute Idee. Oh, ich bin zu laut. Entschuldigung. Was ist eine gute Idee? Wenn die Autohäuser Fahrzeuge verkaufen, dann wissen die ja, an wen die die verkaufen. Die Nummernschilder direkt aufschreiben. Die Besitzer von den Autohäusern haben die Anweisung zu geben, dass, wenn man ein Auto kauft, dann soll man umgehend zum Los Angeles Police Department fahren und das eintragen lassen. Sollte man das nicht machen, drohen Strafen. Das sollten wir mit Wieselnews vielleicht mal kommunizieren. Hat da irgendjemand einen Ansprechpartner? Chief, kurze Frage. Ja. Wieselnews? Wie können wir das prüfen, ob die herfahren oder nicht? Ich hatte eben eben was gelesen, Ella hatte mir da was geschickt. Jeder, der nicht ein... Jedes Fahrzeug, was Sie anhalten und Sie sehen, dass das Kennzeichen nicht eingetragen ist, drohen Sie erst mal, dass Sie eine Strafe verhängen oder der Person eine Stunde Zeit geben, das eintragen zu lassen. Das funktioniert immer. Sonst drohen Sie mit Bußgeld. Okay? Okay. Ja, weil ich gerade zu Herrn Carsten gemeint habe, am Ende vom Tag, wenn das Autohaus dann zumacht, muss man eine Meldung schicken, wer welches Auto und welches Kennzeichen oder einfach anrufen kann. Und dann können wir es dann auch kontrollieren, ob die Leute dann auch kommen. Aber ein Ansprechpartner... Entschuldigung, Entschuldigung. Sie haben recht, was Sie sagen. Also bin nicht ganz bei Ihnen. Ansprechpartner hat keiner von Ihnen bei Wieselnews, oder? Ja. Dann sollten wir gleich mal da hinfahren, Carsten. Vielleicht finden wir ja irgendeinen... Ich habe halt den Chefredakteur kennengelernt, diesen Herrn Jones. Der hat sich eine Eskapade geleistet. Warum? Ja, der ist da irgendwie sein Auto gestohlen worden und dann hat er den Herrn Müller aus der Karre gezogen und dachte, das wäre sein Auto, weil er halt dasselbe Modell hatte. Hat sich geregelt, zum Glück, die Geschichte, aber der schreibt natürlich auch ziemlich Mist, falls Sie das gelesen haben. Also da gibt es ja wohl jetzt eine neue Redakteurin. Haben Sie das gesehen? Nee, die habe ich es noch nicht kennengelernt. Können wir das gerade im Hotel mal durchlesen. Wenn Sie mal den Krise im Süden, Unicast gegen Southside durchlesen, da sind interessante Informationen in einem Artikel, den sollten Sie alle mal durchlesen. Okay. Der ist neu heute, weil ich war eben noch mal da. Ja, da sind mehrere neue Artikel wohl drin heute und da geht es darum, dass wohl der im Süden wohl die sich gegenseitig jetzt in den Medien gegenseitig aufstacheln. Oh, da ist auch ein Artikel gegen Herrn Knussmann, sehe ich gerade. Da werde ich doch heute noch heute noch Mittagessen. Ja, wenn die Zeitung die Wahl schreibt, dann war es ein Fehler. Wenn meine Brille putzen, ich sehe nichts mehr. Ja. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Vielen Dank. Die Leitstelle hört kommen. Hier ist Streife 1. Kennzeichen. Tango, Juliet, Oscar, Mike. Oscar, den hat der Chef von Weasel News verdient. Sorry, dass Reinfunk hört. Ich habe einen kleinen Notfall hier gerade. Ich wurde gerade von Herrn Müller angerufen. Die brauchen dringend einen Krankenhaus am ACLS. So. Herr Carsten, wollen wir mal zur Weasel News fahren? Die Leitstelle versucht, die zu kontaktieren. Zum ACLS kommen. Danke. Ja, gut, okay. Wir können gar keine Strafe verhängen, wenn die das nicht registrieren. Es gibt kein Gesetz, das das... Okay, dann müssen wir mal mit der Justizministerin reden. Ja, sonst wird das... Ich will jetzt nicht den ganzen Tag hier drin wieder hängen. Das habe ich letztens mit 30 Bewerbern gemacht. Können wir den Herrn Muskerer ein Stück mitnehmen? Der möchte sich gerne das Fahrschulauto holen für sein... Also... Ja. Warten Sie auf irgendwas? Ja, auf Sie, dass Sie frei sind. Warum? Warten Sie zügig. Naja, Punkt 1. Also ich war jetzt gerade nicht weiter besprechen, darf ich mal fragen, was die Phase ist. Okay, es gibt keine Beförderung, weil alle rumschlampen im LSPD-System. Zwei Wochen sind die Beförderung ausgesetzt. PD66 für Leitstelle, komm. Und was wird geschlampt, wenn ich vorn hab? Das Pflegen der Kennzeichen, das Pflegen der Personendaten, das Pflegen der Akten. PD66 wird... Wenn einer schlampt, dann schlammen alle, verstehen Sie? Können Sie doch auch einen Kollegen fragen? Okay, das gebe ich so weiter. Leitstelle ändert. Leitstelle für Streiche 1, komm. Leitstelle, hör, komm. So, Streiche 1, weil es sich erneut. Warten Sie mal, das Funkgerät, ich kann Sie nicht hören. Warten Sie mal. So, jetzt höre ich, ich kann Sie nicht hören. Ich mach das auch mal kurz aus, Entschuldigung. Ich bin 36 Jahre alt, bin ein bisschen in Körperfahrung mit, hab ich ja auch ein Bewährungsgespräch gebracht und habe nach, ähm, natürlich auch nach Feedback gefragt. Ja. Ich hab sechs Aktenführungen von mir selber. So, wenn ich kein negatives Feedback bekomme, kann ich nichts besser machen. Nee, aber passen Sie was, äh, was Sie lernen sollten, das hier ist eine Einheit, okay? Und es gibt immer Teambestrafungen. Also Sie kontrollieren Ihren Kollegen, dass er es richtig macht, genau wie der Kollege Sie kontrolliert, dass Sie es richtig machen. Weil sonst funktioniert das nicht. Ja? Sie unterstützen sich gegenseitig. Das ist hier kein, ich, äh, steche jetzt besonders hervor und möchte der beste Polizist sein, nun mal, sondern es ist eine, wir sind eine Einheit und sorgen dafür, dass es im Gesamten richtig funktioniert. Ja? Gehen Sie das? Nur, das, äh, das verstehe ich auch. Natürlich. Das besteht aus dem ganzen Leben. Was ist das denn? Aber, ähm, vollständig arbeiten kann man erst, wenn man Officer ist und nicht, wenn man Rekrute ist. Richtig. Und, äh, jeder, Hans Bammel, denkt, man kann einem was erzählen. Dann sorgen Sie doch dafür, dass Sie kein Rekruten mehr sind, in dem Ihre Kollegen richtig arbeiten. Sir, das Problem ist, wenn Leute sich nicht verbessern lassen wollen. Oder? Dann sagen Sie mir, wer das ist und die Person fliegt hier raus. So einfach ist das. Ich bin kein Kameradenspein. Ne, das hat nichts mit Kameradenspein. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Wissen Sie, gucken Sie, ich erzähle Ihnen was. Wir zahlen jeden Tag unmäßiges Gehalt für jeden einzelnen Kollegen hier. Ja? Wenn ich einen rausschmeiße, ich hatte gestern 30, äh, vorgestern 30 Bewerbungsgespräche an einem Abend. 30! Okay? Zehn neue Kollegen werden am Sonntag eingestellt. Wenn aber andere Kollegen nicht effizient arbeiten und Scheiße bauen, dann ersetzen wir die mit einem anderen Kollegen. Sie müssen ein bisschen anders denken, nicht als, ich bin jetzt ein Kameradenspein, Sie müssen denken als, wir brauchen Leute, die diese Stadt beschützen. Und dann können wir keinen Hans-Peter gebrauchen, der es nicht auf die Reihe kriegt, seinen Dienst richtig zu machen. Dann nehmen wir doch lieber jemanden, der es richtig kann. Das ist so richtig. Ähm, dann würde eher mein Vorschlag, halt eine Aktenschulung vor allem durchzuführen. Ja, das wird dann am Sonntag passieren. Das Ding ist, ähm... Aber das System ist so einfach. Also ich würde, es gibt ja eine Musterakte. Wir können jetzt uns mit allen hinsetzen und diese Musterakte gemeinsam vorlesen. Aber das kann auch jeder für sich angucken, zwei Minuten. Und Sie können es einfach rauskopieren. Sie kopieren es einfach raus, fügen es sich ein und ersetzen es. Ich weiß nicht, was da ist. Das klappt ja wohl. Das ist doch nicht schwer. Nee, das wird schon möglich sein. Für einige Leute klappt das, natürlich. Aber es gibt halt Leute, die da vielleicht ein bisschen schwerer vom Begriff sind. Ja, dann müssen die gehen. Genau, das ist das Ding. Die müssen dann gehen. Ich werde mich mal morgen oder so hinsetzen, mir das alles mal in Ruhe durchgucken. Und das hat aber nichts mit Kameradenspein. Ich verstehe Ihren Aspekt, aber das hat nichts mit Kameradenspein zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Straße im Süden von Los Santos. Sie haben zwei Kollegen dabei und Sie beiden sind unterwegs. Sie sind anscheinend gute Cops. Sie haben gerade jemanden das Leben gerettet. Ich habe das ja mitbekommen. Und die zwei Kollegen, die schlammen aber rum. Die sitzen im Auto, die lachen sich kaputt und in dem Moment werden sie überfallen. Die Kollegen kriegen das nicht mit und Sie hätten diese Idioten mal rausgeworfen lieber. Ja? Und dann bleibt von Ihnen nicht mehr viel übrig. Darf ich da kurz einen Einwurf bringen? Ja. Wir möchten um Gottes, also wir möchten um Gottes Willen nicht Ihre Arbeit infrage stellen, aber wir sind zwei ambitionierte Männer und Sie verstehen das mit Sicherheit auch, dass man natürlich irgendwie auch, wie sagt man, Ziele im Leben hat und sehr ambitioniert ist und dann ist natürlich die Enttäuschung, sage ich jetzt mal, umso größer, dass man vielleicht eventuell doch länger auf das warten muss. Das ist echt unfassbar. Das ganze Medi-Center ist nicht erreichbar. Keiner ist erreichbar. Hier liegen die Leute auf den Straßen, keinen Krankenwagen ist mehr. Also was meinen Sie, wegen der Beförderung? Ne, um Gottes Willen, wir sind nur sehr zielstrebig. Wie lange sind Sie im Dienstag? Was wollen Sie denn damit sagen? Sie sind sehr zielstrebig und können Ihr Ziel nicht so schnell erreichen. Was heißt das denn? Ich verstehe das nicht. Nein, 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 nein. Ne, um Gottes Willen, deswegen wollten wir nur mal mit dem Reden, ob wir uns verbessern können. Das war die Frage. Sie können sich verbessern, indem Sie dafür sorgen, dass Ihre Kollegen die Schlampen sich verbessern. Also die schlampig arbeiten, nicht fast verstehen. Genau, die schlampig arbeiten. Ja, das sind Schlampenhermer. Ja. er, eines auslöst ist logisch. Herr Muschera, wer war die Dame? Frau Engel? War das Frau Engel, Herr Muschera? Herr Muschera, nehmen Sie mal die Zunge aus dem Mund und reden Sie. Wer war das? Zunge aus dem Mund. Das war Frau Engel, die wollte Ihnen nur Führerschein-Gelder geben. Ich habe das jetzt in der Regel genommen und werde Ihnen das gleich weitergeben. Frau Engel, die gibt es noch? Die war doch ewig, kann ich im Dienst. die ist oft bis 18 Uhr da oder 19 Uhr. Die macht schon Arbeit. Also, ich will jetzt, dass Sie, hören Sie, ich weiß, Sie wollen, Sie wollen ihr Gas geben. Sie wollen ihr Gas geben und Sie wollen dafür sorgen, dass der Laden funktioniert. Sie wollen mehr Rechte haben, damit Sie das auch beeinflussen können. Aber, entweder alle ziehen einen am Strang oder keiner. Haben Sie recht, ja. Okay. Ich wollte das nicht in Frage stellen, also bitte nicht falsch verstehen. Nein, 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 alles gut. Ich verstehe schon, das demotiviert auch und fuckt ab, ich kann das verstehen. Vielleicht überlege ich mir das bis nächste Woche nochmal anders und sehe, wenn Sie jetzt in dieser Woche gute Arbeit machen, dann ist es so, dass ich sage, okay, Sie haben mich doch überzeugt. Aber wenn die nächste Woche wieder so grottig ist und die Leute den Arsch nicht hochkriegen, dann müssen wir weiterhin auf Kollektivstrafen setzen, weil anders funktioniert das ja nicht. Ja, das hat nichts mit Ihnen beiden persönlich zu tun. Sie machen einen guten Job. Danken Sie sich eher bei den Kollegen, die rumschludern und dem Staat Geld kosten oder uns Geld kosten und die dafür sorgen, dass ich irgendwann mal die halbe Belegschaft kündigen muss und weil die nämlich sich schön die Taschen voll gemacht haben. Ich weiß, ja, die werden lachen. Ich verstehe Sie, ich verstehe Sie. Die müssen ja hier den Bumms auch zusammenhalten. Alles gut. So, okay. Also ich muss jetzt los, weil wir müssen, ja, bitte tun Sie mir gefallen, fahren Sie beide bitte ein bisschen zusammen draußen rum und gucken Sie, was die Leute brauchen, weil es gibt anscheinend wohl viele Leute, die verletzt sind und ob Sie da irgendwie unterstützen können, ja. Was ist denn beim Krankenhaus los? Ich weiß es auch nicht. Das ist eine Katastrophe. folgendes Problem bei dem Einsatz da, den wir gerade hatten. Aber warten Sie, es geht immer dran. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Leitstelle klingeln. Beim ACLS liegt auf jeden Fall ein Verletzt. LSM-D. Einen wunderschönen guten Tag. Walter Weiß, Chief of Police. Hören Sie, arbeitet bei Ihnen noch oder so? Ja, positiv. Wir kriegen im Sekundentakt Anrufe, dass Leute verletzt am Boden liegen und kein Krankenwagen vorbeikommt und man sie nicht erreichen kann. Okay, ja, wir hatten kein Problem mit der Letztstelle. Wir müssen aber jetzt eigentlich viel Eis gehen. Okay, super. Alles klar. Vielen Dank, ja? Ja, okay, jetzt einfach ein Anruf. Tschüss. So, wir hängen bestimmt mit diesem Wasserfall zusammen, wo die da alle ersoffen sind bei einer Katastrophe heute wirklich. Ja, der Weiß, ja? Wollen Sie Geld haben, da geht es Ihnen besser. Geld ist immer gut. Auf der Blauengel. Warten Sie, wie viel ist das? 320 für Führerscheine. Also, ich habe bis heute drei Gehälter wieder drin. Das ist gut. Ich würde ganz kurz noch mit Herrn Moskera auch mal mit Ihnen reden einmal. Ja, aber das müssen wir jetzt kurz ein bisschen vertagen. Das ist ordentlich. Dankeschön, Kein Problem. Wollen Sie, ich hatte letztens, Herr Etikus, ich hatte letztens 30 Bewerbungsgespräche. Ich will hier raus. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wir haben folgendes Problem. Wir können jegliche Undercover-Einsätze oder irgendwas vergessen, wenn ich hier die ganze Zeit Führerscheine ausgebe. Warum machen Sie das denn auch? Ja, deswegen will ich das nur Bescheid sagen. Ich cave ja aus, wo ich kann, wo ich gebraucht werde. Aber ich würde mich dann eher ein bisschen in den Hintergrund halten und vielleicht bei einer Streife mal lieber mitfahren, weil wenn ich hier jedem erzähle, wer ich bin, dasselbe, Herr Muskera, der wäre auch schon ein paar Mal Wir können einfach bei einer Streife mitfahren, aber Sie sollen weiterhin in Uniform unterwegs sein. Ja, das ist ja kein Thema. Bedanken Sie sich bei Ihren Kollegen. Ich will nur nicht meinen Namen die ganze Zeit preisgeben müssen. Dann geben Sie doch einfach Ihre PD-Nummer preis, Sie müssen Ihren Namen nicht bekannt geben. Ja, aber ihr kennt mich schon in die halbe Stadt langsam. Also das ist natürlich schwierig, wenn man dann, und Herr Muskera ist halt auch ein Problem, wenn wir dann auf Undercover-Einsätze gehen und Herr Muskera hat natürlich einen interessanten Akzent, die Haare und so. Wissen Sie, das wissen Sie, passen Sie oft, so viele Leute reisen tagtäglich hier in den Stadt ein. Geben Sie denen ein bisschen Zeit. Eines Tages vergessen die Leute ihr Gesicht und ihre Geschichte und ihre Stimme und sie kommen genau dahin, wo sie hin müssen. Ja, ich bin schon bei Rohn, der kennt mich schon. Ja, Rohn ist, jeder kennt Rohn. Rohn ist der Friseur, ne? Ja, genau. Aber es gibt auch Leute, die einen anderen Business-Strang hier haben und Herr Muskera hat mir schon gefallen getan. Und das hat er mir direkt Infos gebracht. Ja, er macht das auch sehr gut, Herr Muskera, aber da ist es nämlich beinahe passiert, weil er angesprochen wurde, oh, ne, der Sheriff im Haus. Ja, ich habe es gut gerettet. Er hat es gerade noch so gerettet, weil er gesagt hat, hö, welcher Sheriff. Umso schneller dieser Laden läuft und die Kollegen den Arsch hochkriegen und diese scheiß Aktenscheiß machen, umso schneller formen wir einzelne Positionen und können Leute dorthin befördern. Verstehen Sie? Da geht es mir gar nicht um eine Beförderung, es geht mir um eine Beförderung. Nein, es geht um eine Abteilung und diese Abteilung kann ich erst gründen, wenn ich sehe, dass die Leute miteinander gut arbeiten und auch schreiben. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen doch die geeigneten erst, wenn sie Dienst schieben und das dauert ein bisschen. Also die Beförderungsquote liegt hier nicht bei einer Woche, sondern eventuell bei zwei Wochen. Das ist der Rhythmus hier. Das soll schön langsam sich aufbauen und ich will sehen, wer Durchhaltevermögen hat, wer nicht rumjammert. Die zwei Flitzepiepen, die gerade hier standen, haben rumgemeckert, dass sie nicht befördert werden. Das ist ja völlig verständlich, wenn sie da auch keine Beförderung ausbringen. Das passiert ja auch nicht. Aber das ist ja alles gut. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher darum, dass Sie nicht wundern, wenn ich sage, ich mache den Führerschein jetzt nicht, mache den oder den, wenn ich nicht überall hier mein Gesicht jetzt unbedingt verbreiten will. Gerade bei so einer Führerscheinprüfung, warum sollten Sie dann den Namen sagen? Das soll jetzt mal öfters online kommen. Das war im Privatleben sausen für GTA. Im falschen Namen dürften Sie dann nicht mehr sagen. Das heißt, Eintrag ans schwarze Brett bei dem Führerschein noch hinzufügen, das ist davon befreit. So ein gutes System. Nee, muss ich, kann ich den ja mit denen absprechen. Brauchen wir gar keinen. Wir haben so ein gutes System, man kann jede Scheiße einfach, es gibt überall Muster, Beispiele, Flächen. Ich raffe es nicht. Zum Beispiel habe ich vom Herrn, ich bin ja auch schon ein bisschen jetzt unterwegs gewesen, habe auch vom Herrn Raas, der hatte mich dann angerufen, an der Cover wollte die Polizei nicht informieren und so. Ja, ich habe es auch mit Frau Morell dann abgesprochen, ich habe den Laden beobachtet. Wer ist der Raas? Um Unicars, der Mitarbeiter, die da verprügelt werden ständig am Laufenden. Nur da haben wir halt auch keinen Zugriff auf irgendwelche Akten, weil ich kann ja jetzt das nicht in der Akte eintragen, wenn jeder darauf Zugriff hat, dann hole ich den Herr Raas ja völlig in die Pfanne. Solche Probleme haben wir halt noch weiterhin. Aber das können wir alles klären. Das kriegen wir alles mit der Zeit, denke ich auch. Die Führerscheine, können Sie einfach immer an den Rekruten weitergeben? Das ist gleich eine Aussage. Ja, ja, mache ich jetzt auch so. Mache ich auch so. Ja, wir machen halt ein bisschen. Ich fahre halt lieber mal mit, als ich dachte, dass ich derjenige bin, der die dann auch noch ausfragt, wenn sie zu schnell gefahren sind. Schön. Okay. Alles klar. Gut. Und Herr Muschera war da auch sehr gut, muss ich sagen. Also ich glaube, da steckt auch ein bisschen Detective in ihm. Muss ich wirklich sagen. Was ich noch ergänzen wollte, warum vielleicht die Akte nicht so vollständig sind. Ich habe heute gemerkt, als ich bei Recruiting gefragt habe, dass die bei den Führerscheinen eben nicht die ganze Akte kontrollieren. Das hat noch nicht die Runde gemacht. Ich habe es noch gesagt. Hören Sie, Herr Muschera, Sie tun mir einen Gefallen. Ich schätze, Sie machen wirklich sehr gute Arbeit. Sie werden es auch weiter bringen. Aber haben Sie mal so ein Auge da drauf, weil, was die Kollegen so machen, wir beide haben nicht die ganze Zeit Zeit dafür, uns die ganze Zeit mit den Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Aber wenn Sie merken, dass da jemand rumschludert oder so, merken Sie sich das. Das hat nichts mit, wie sagt man, Snitchen zu tun. Es geht mir in erster Linie darum, dass Sie uns unterstützen, diesen Daten hier am Laufen zu halten. Wissen Sie, was ich Ihnen gerade gesagt habe? Effizienz. Ich glaube aber auch, bei der Einreisebehörde arbeitet einer, also ich habe mir da auch mal ein paar Akten durchgelesen, da sind auch manchmal echte Schreibfehler drin. Oh Gott. Ja, in jeder Behörde haben Sie immer einen, einen gibt es immer, wissen Sie, haben wir ja auch immer mal einen, mindestens einen, der es nicht kann. Okay, so, Herr Carsten und ich müssen jetzt zur Wiesel News, weil wir müssen... Ja, bestellen Sie dem Chefredakteur oder Verlagschef da, dem Heini, mal viele Grüße. Wie heißt der? Jones. Jones, William Jones, ganz anstrengender Typ. Warum? Ja, Sie werden ihn vielleicht nochmal kennenlernen, er weiß irgendwann. Ist das der, der mich interviewt hat? Ja, ach ja, Herr Carsten, ich wusste ja gar nicht. Der Lügner, ja, danke schön. Ich sage Ihnen, da wird ein Artikel über Polizeigewalt kommen, ja, wahrscheinlich. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil er irgendwelche Infos gekriegt hat, aber heute haben wir ihm auch zweimal den Arsch gerettet, ja. Hat er Ihnen sonst noch etwas gesagt oder so? Hat er sich mal entschuldigt? Ja, entschuldigt hat er sich nicht wirklich. Er hat angeblich gesagt, dass die Info, warum, warum Sie schwul wären, Herr Carsten, nichts für ungut, dass die vom Department of Labor kommt, aber ich glaube ihm nicht, wissen Sie, das ist ja auch, deswegen, er darf das nicht ungeprüft verbreiten und deswegen kriegen wir Geld von ihm und ich finde das eigentlich ganz gut. Der Typ ist so eine richtige Flachpfeife, ich weiß nicht, ob der nicht ein bisschen Geld geerbt hat und dann den Laden gekauft hat oder was auch immer, aber, ja, Sie haben ja den Artikel über sich gesehen. Ich möchte auf jeden Fall echt dabei sein, wenn, ja, wenn Herr Carsten mal auf den Herrn trifft, weil anscheinend, Herr Carsten hält nicht so große Stücke auf den, ne? Ich mag keine Lügner, Sir. Sie sind kein Fan von den Mann, wissen Sie, wen ich mag, wissen Sie, wen ich mag, im Internet Pornostars. Sie sind geil, ne? Das wäre meine zweite Berufswahl tatsächlich. Echt? Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, so richtig, ich habe ja eh die ganze Nacht wie jemand ficken. Puh! Ich bin ja mal mit Ficken. Letzte Nacht war nur gefickt. Ja, was denn, Sir, wir sind bei uns, Herr Muskela, Sie sind ja eh bald effektiv, Sie sind so gut wie befördert. Okay, ich bin dann mal weg, Muskela, ne? Nein, Moment Telefon, Walter Weiss, Schiefe Police. Ja, Herr Weiss, ganz kurze Frage, geht schnell, hier ist jemand, der irgendwas mit Gewerbe hat, der hat eine Frage wegen Sicherheitsdienst, Schusswaffen, Taser, etc. Machen Sie das? Nein, da sollen die zum Department of Labor und die leiten das weiter. Wir sind das in Los Santos Police Department. Naja, der hatte die Frage, ob das hier anmelden muss, wegen Schusswaffen und Kram. nein, nein. Gut, dann schicke ich den weiter. Okay, danke schön, aber nehmen Sie trotzdem mal die Personalin auf, ja, und Telefonnummer ist wichtig. Jo, mach ich. Dankeschön. Alles klar, danke. Ciao. Doof, Werkel. Wer war das? McDavid, es geht um eine Sicherheitsfirma, wegen Waffen und. Ich bin hier, wo bist du? Ich stehe hier. Ja, weiß ich. Wie, wo bist du? Bist du doof? Wie warst du nur Spaß? Wie damals, weißt du noch, als wir jungen waren, Verstecken spielen und so. Ja. Deswegen habe ich das jetzt gerade gesagt. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Kirsten, kommst du? Ja. Wie seine Telefonnummer da gelassen, er möchte bei Wiesel News anfangen, aber mich vorher sprechen, was ich von dem Arbeitgeber so halte, von dem Reporter. Wer hat das gesagt? Ich glaube, der Steiger hat mir die Nummer gegeben. Ich glaube, dass der, äh, ja. Ein Vincent Gray würde gerne bei Wiesel News anfangen, Okay. Auch vorher mit mir reden, wo wir Infos haben, zu dem Reporter da, zu dem, äh, Lügner, Lügenbaron, genannt. Bisschen Aufheiterung. Ja, nochmal ein Danke, ne, was ich nochmal raushaute zwischendurch so. Fragen Sie mich bitte mit Herrn Carsten an der Streife 1? Ja, Moment. Wir müssen da zu Wiesel News. Ähm, Sie sind Streife 4. Vielen Dank, ja. Sagen Sie bitte das Kennzeichen durch. Ja, Herr Carsten wird das machen. Und Herr Weiß? Ja, bitte. Ähm, Sie stehen doch im Außerdienst im System. Achso, können Sie das korrigieren bitte? Ich bin nicht. Es ist, ich werde gerade überfahren wieder hier. Ich mache jetzt mal einen Gag, ich hätte es aber auch durchfunken können. Ich hätte es auch durchfunken können, aber ich dachte, ich sage es Ihnen persönlich, wenn Sie immer hier sind. Achso, sehen Sie, so kommen wir doch zusammen. Alles klar, wir können das glaube ich nicht ändern, Ne, wir können das glaube ich nicht. Okay, ich mache das. Es war direkt, wo ich reinkomme, Herr Weiß, Herr Weiß. Ja, ich verstehe das. Ne, es ist nur, weil es für uns dann übersichtlich ist, wenn Sie drinstehen. das ist weiß. Ja, das hat mir gerade irgendeine Kollegin gesagt. Oha, netta. Sagen Sie das Kennzeichen dann bitte noch durch, Perfunk. Ja. Ich bin auch bereit jetzt für eine Streife wieder. Okay, warte mal, haben wir ein Atticus und ein Maskera? Perfekt. dann packen wir euch zwei gleich. Was machst du gemeint? Du bummst die ganze Nacht, was machst du denn? Ich habe mir Spaß gemacht, ich bummste nicht die ganze Nacht. Ich bin doch Solo. Du wolltest schon sagen, mit wem? Ich bin ja gar nicht mit der Morell zusammen. Ich meine, der hat ja nicht gelogen, das habe ich Ihnen ja gesagt, aber, Entschuldigung. Ein Zylinder. Der Herr, Können Sie sich mal bitte wenden? Können wir Ihnen helfen? Wir sind die Polizei, Sir. Ja. Und wie kann man Ihnen helfen? Ach so, nein, nein, ich wollte mich nur ein bisschen anlehnen, ein bisschen hier die Aussicht genießen. Ja, stimmt. Ich war eigentlich aufs Taxi, da ist aber keiner rangegangen. Keiner rangegangen ans Taxi? Ja, es hat geklingelt, aber keiner hat abgehoben. Okay. Schönen Hut haben Sie, Sir. Was machen Sie beruflich? Neumann. Schönen Abend noch. Einen wunderschönen guten Tag. Ich rufe jetzt auch nichts, aber wenn das klappt, ich habe gestern einen... Warten Sie mal kurz, warten Sie mal kurz. In den Tongva-Hings gibt es ein Weingut. Seien Sie mal ruhig. So. Wir haben ja einen Herrn, der bräuchte ein Taxi am Los Santos Police Department. Können Sie bitte einen vorbeischicken? Der hat einen weißen Anzug an und einen sehr großen Zylinder. Ja, sobald wir frei sind, machen wir das. Vielen Dank. Ist auf dem Weg, ja? Ja, wunderbar. Okay. Bis dann. Ja, schönen Abend noch und ruhige Streife. Dankeschön, machen Sie es gut, Sir. Okay. Gehen Sie mal los. Für Feierabend. Obwohl der eine, ne, der McBrady, ne? Ja. Der ist schon hart, ne, der macht ja gute Arbeit, ne, der ist immer noch nicht gut. Wo sind denn die ganzen Streifenwagen? Ja, im Einsatz doch geil. Ein gutes Zeichen. Oder sind alle in der Werkstatt, das ist natürlich doof. Aber ich glaube, die sind alle im Einsatz. In der Werkstatt wäre doof, jo. Sind ja da hier 38 Autos wieder. Das würde mich nie mal wundern. Sag mal, sind wir dumm? Wieso? Ja, wieso? Das steht da oben, unser Streifenwagen. Wir sind da vorbeigelaufen. Ach, noch nicht abgeschleppt. Gott sei Dank, Idiot hat ihn auf der Rechtsabliegerspur gepaart. Bei dem Verkehr hier, ich meine, da muss man aufpassen. Wenn ich den erwische, ja, das ist schon, da kommt schon gelegentlich mal ein Heuballen vorbeigerollt. Ne, das, ne, ist hier schon ganz schön was los, finde ich. Mhm. Wollen alle Führerscheine machen, ne? Ach du Scheiße, wie fährt der denn? Der hat fast den Kollegen umgebracht. Der Kleiner. Das gibt's doch nicht. So fährt man nicht, so fährt kein Mensch. Das gibt's nicht. Ja, macht den, macht den, macht den Sound aus. Sound? Sirene heißt das? Rechts, 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 rechts. Ja, aber ich wollte, äh, so, jetzt. Das war der. It's your turn, my friend. Der Fahrer spricht. Los an das Polizipar, bitte machen Sie die Motor aus und treten Sie vor das Fahrzeug. Fahrer spricht. Arsene? Ja. Braus Fahrzeug, jetzt stellen Sie sich daneben. Hören Sie mich? Entschuldigung, was gibt's? Tut mir leid. Sie sind ziemlich schnell oben beim PD um die Ecke gefahren, ja? Äh, wo? Beim PD, wo Sie rechts abgebogen sind. Beim PD, wo ich rechts abgebogen bin? Ja. Wo meinen Sie genau? Aber ich bin eigentlich nicht beim PD vorbeigefahren. Nicht? Nein. Sie haben Blut an Ihrem Ärmel. Was passiert, Sir? Äh, ich bin vorhin, als ich auf dem Roller aufgestiegen bin, leider weggerutscht beim Losfahren. Aber mir ist nichts passiert. Es ist nur eine kleine Schürfwunde. Waren Sie beim, äh, beim Krankenhaus damit? Nein, war ich nicht. Wollte ich aber gleich. Wurde noch meine, äh, Pizze wegbringen, weil der Chef, der sieht das nicht so gerne. Was wir auch nicht so gerne sehen, ist, wenn Leute mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt rasen und beinahe unsere Kollegen überfahren. Äh, ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ich, ich schwöre. Geben Sie meinen Kollegen mal bitte Ihren Personalausweis. Natürlich. Also zeigen, reicht's. Bitteschön. Jawoll, Herr Leon Huber. Okay. Streife 4 für eine Leitstelle kommen. Ungespruch wiederholen. Streife 4 für eine Leitstelle kommen. Reife 4 hört, komm. Einmal Ihr Kennzeichen durchgeben, kommen. Kurz stand by, komm. Äh, Funkspruch wieder aufgenommen. Das Kennzeichen lautet X, T, D, U, T. Kommen. Leitstelle so verstanden. Ende. Okay, leg nichts vor. Ja, gut. Ähm, dann, äh, fahren Sie langsam, ja? Ja. Vielleicht sprechen Sie mit Ihren Kollegen, äh, die, äh, das Krankenhaus hat uns schon angesprochen. Die haben ja jeden Tag mit, mit, hast nur noch mit Rollerunfällen zu tun, ja? Oh. Fahren Sie vorsichtig, die fahren, die sind viel zu schnell. Und wenn Sie sich verletzen, lassen Sie es behandeln. Mhm. Ganz wichtig, sonst, äh. Werd ich machen. Wenn es schon durch Pullover blutet, ist schon kritisch, denke ich, ja? Ja. Wie heißen Sie noch mal Huber, ja? Ich, äh, werde jetzt das MD kontaktieren, dass Sie auf dem Weg dort gleich hin sind, ja? Ja, machen wir das. Alles klasse, dann, schön dann noch. Oh, haben Sie eine Nummer? Ja. 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 Hier, null. Interessant, ja, wir sind gerade auf dem Weg zu Visio News, das passt ja bestens. Die, äh, nach mir, explizit nach mir. Okay, interessant. Herr Jones, äh, okay, weiß Bescheid. Du zeigest, ja, danke schön für die Info. Was denn? Ja, ciao. Ähm, ein, der Herr Jones vom Visio News wollte ausdrücklich mich sprechen. Es geht um, äh, irgendwie Polizeigewalt. Das wollte mich dringend sprechen. Keine Ahnung, warum will der dich nicht sprechen, ne? Komisch. Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Hast du eine Bekanntschaft mit dem gemacht? Ich kenne den Mann nicht. Ja, das ist ja der, der lügt. Der Lügenbaron. Der will wohl nur mit mir sprechen. Ich finde, ihr könntet euch auch mal unterhalten. Warum denn immer ich? Klar. Müssen wir mal gucken. Wir fahren mal gleich wegen Termin. Ja, der wird ja wohl vermutlich noch da sein. Die Arbeit nehmen wir sehr lange in der Redaktion. Die Arbeit nehmen wir sehr lange in der Redaktion. Die firefighter werden wir sehr lange in der Redaktion. Das ist ja so lange in der Redaktion. Ich finde, wir sind in der Redaktion. Das ist ja schon lange in der Redaktion. Ich bin fast nicht bloß gerecht. Die Arbeit haben wir sehr lange in den Redaktion. Das heißt, wir sind nicht mehr als eine Bekanntion. hallo lspd ist jemand ja hallo wunderbar wer sind sie wenn ich fragen darf guten tag weil der weiß die war police das ist gut ok das sieht aber nicht so gesund aus und handelt was ist passiert weil die beifahrertür eines fans steht auf haben sie es schon kontrolliert von ihnen fahrzeugen ja ich gehe mal eben wir suchen einen ansprechpartner hier der hier was zu sagen hat ja das wäre im ersten falle der herr johnson das ist der verlagschef ist aber leider nicht zu erreichen leitstelle für streifen 5 kommt unser nummernschild von streifen 5 haben sie auch ein herr jones ja genau der der herr jones ist der verlagschef hier haben sie gerade herr johnson gesagt dass sie sich nicht mal den namen welche position haben welche position haben sie dann können wir auch mit ihnen reden oder wenn es geht wenn es über das sind gut geht dann sollen wir ihnen folgen ok also mal mit der johnson der johnson entfernt der leute der johnson erfährt die ist weg das ist richtig was los jetzt geht die noch in das büro ok ja das e-büro hier ja also wir können in ruhe reden das ist eigentlich das vom chef hier darf ich eigentlich rein aber da hinten ist gerade gesetzt ok alles klar so also folgendes ich habe erst mal eine frage sie sind jetzt hier die offizielle ansprechperson also chef redakteurin ja wie ist ihr name okay sie haben bereits einen artikel veröffentlicht habe ich gesehen jetzt mal unter uns meinen sie nicht sie hetzen da so ein bisschen die leute untereinander miteinander auf dass da unten irgendwelche krawallen unruhe entstehen und so weiter jetzt mal unter uns ja also zum einen ist es so bei uns alles was im interview gesagt wird egal wie und irgendwann wird auch leider verwendet ok sprich entweder man hat die professionalität sich im interview vernünftig auszudrücken ja leider damit rechnen dass solche dem interessieren ok dann muss ich auch gestehen wenn der chef sagt so und so will das haben ja vielleicht wenn der chef sagt dann muss man das auch so ausführen und sie stehen stehen sie dahinter steht oder nicht sei mal dahingestellt aber ich habe mich doch gar nicht vorgestellt mein name ist carsten der schule schief und schwul doch gar nicht das habe ich aus der zeitung erfahren also wirklich ich habe damit relativ wenig zu tun ja wir haben einige fragen an sie also wie ist es zu dem artikel von hän karsten gekommen ja das war der gute chef redakteur aber sie noch der chef redakteur also ja also der verlagschef ist ja ja und der hat das interview geführt ok und den artikel auch verfasst was ist heute mit dem verlagschef passiert ich habe da einige geschichten gehört irgendwie dass er tumulte verursacht hätte das fragen uns alle was da heute passiert ist ich habe ganz ehrlich gar keine ahnung wie ich den einschätzen soll den herrn ich habe den ganz anders kennengelernt aber was da heute los war ich habe keine ahnung wirklich nicht ok was haben sie mitbekommen den artikel über den herrn ja ja kann ich verstehen dass es da auch wo drüber geht sage ich mal dann folgendes ok also folgendes ich würde ihnen vorschlagen sie nehmen diesen artikel meines mitarbeiters sofort wieder runter und wir sehen von einer klage ab oder ich werde dafür sorgen dass er jones sein job verliert und dieser ganze laden zugemacht wird ja ich wäre ganz auf ihrer seite das problem ist ich kann das leider nicht entscheiden sind weil ich kann das nicht ausführen ich muss den herrn jones zu erreichen und wann ist der man dann wieder im hause ja aber wie gesagt ich werde den auch extern versuchen zu erreichen irgendwie und das irgendwie mit dem klären okay weil wie gesagt ich kann es ja nachvollziehen ja hat der herr jones in welchen verwirrten eindrücke auf sie gemacht kann man so kann man so sagen ja ich weiß nicht genau was mit dem guten herrn was hat er zu ihnen gesagt also ich versuche gerade zu eruieren man was meine ich habe das so beiläufig mitbekommen dass da irgendwelches chaos entstanden ist was der hölle ist das hören sie das einer gegen hydranten gefahren oder so ich habe von dem tumult noch gar nichts gehört tatsächlich doch der ethikus meinte das gerade also können sie uns das ganz kurz mal so ein bisschen irgendwie also ich habe das auch nicht ganz mitbekommen aber irgendwas war da sein auto wurde geklaut und dann fangen zu heulen und war auf einmal ganz am ende und dann hat er auch noch irgendwie einen schlechten artikel über einen anderen kollegen da verfasst und da gab es dann auch noch stress und er war überhaupt nicht aufnahme für die folge ich weiß nicht was zu los war also nimmt der man drogen keine ahnung kann ich ihm sagen okay geht mich ja auch als angestellte für ihn so gesehen nicht an entschuldigung ich hab was getrunken und sie sagten der herr hat an sein auto wurde gestohlen ja hat er mir so erzählt er hat mir allerdings danach auch erzählt das wird gar nicht gestohlen sondern er hat irgendwie fahrerflucht begannen und dann so getan als wäre es gestohlen worden ja naja ja weiß ich nicht also fahrerflucht was ist jetzt schwierig ihnen so in den rücken zu fallen ich hoffe das kostet ja er hat gemeint irgendwie er hat ein motorrad angefahren oder so und hätte dann fahrerflucht begangen hätte dann aus panik einfach sein auto irgendwo hingestellt ich habe gemeint das wurde geklaut okay der verdacht halt nicht auf ihn fällt ich habe das verstanden ach ich weiß auch nicht was mit dem muss es tut mir wirklich leid diese ganzen unternehmen leitstelle für 344 kommen leitstelle hört kommen kurze frage wer hat heute den fall jones übernommen wegen eines fahrzeugdiebstahls kommen müsste die pd 66 gewesen sein kommen check das waren wir trennung pd 66 ich funke sie extra an warten sie bitte wo sind sie status kommen stadtpark fahren sie bitte umgehen die weasel news redaktion ankommen wird gemacht 99 ende bitte geben sie die aussage die sie gerade getätigt haben meinen kollegen nochmal durch natürlich klar sehr gutes recht sie wissen aber das muss ich noch ganz kurz sagen sie belasten ihren chef damit sehr und sie müssen da ist natürlich auch dann ja also da steht eine haftstrafe drauf was sie jetzt sagen ja was soll ich machen ob ich jetzt die polizei anliegen soll oder meinen chef schützen soll ja ja sie sind im gesetz natürlich gegenüber eigentlich verpflichtet als bürgerin des staates deswegen deswegen tun sie gut daran die wahrheit können sie ihren kollegen bitte einmal dazu rufen also die beschleunigt den prozess hat jones sein job verliert das ist interessant weil sie übernimmt ja die die 10 20 weasel news können sie unten auch bitte die kollegen dann hier hoch bringen dass wir sind dank 3 1 10 20 medical center ich bin ja auch nur ja erst mal gegenüber eingestellt weißt du ich würde auch zu falschen sagen eigentlich den arsch retten kann ist doch so ja aber die rettet den arsch rette den ja richtig rein ja ja okay wenn sie jetzt komplett auspackt die hat doch ausgepackt anscheinend hat der was hat sie gesagt fahrerflucht begann und ihr das gesagt ja und das woanders geparkt ja ja also wir sind loswerden das ist natürlich eine karriereleitersprung für sie wahrscheinlich wenn wir jetzt da beweise haben dann war es das mit der jones also hier uns mit dem jones mit der jones mit der jones habe ich verständlich dass die tante denn okay ja dann ist er weg das macht mir nichts ja mir auch nichts vielleicht wird das blatt dann wieder ein bisschen seriöse ja und ich glaube mit der frau kann man tatsächlich seriös arbeiten und die herzlich willkommen im pd da kann sie gerne mal mitfahren und so ehrlich ja interessant wie die handlungsstränge jetzt ineinander laufen das war nicht geplant das sollte viel länger dauern okay aber schönes büro haben die hier ne ja das ist schick also sogar stil wenn ich die bilder in pd sehe mit der und der cracknote hast du ahnung von kunst ich sehe da eine vulva und na eine vulva die normal ist und eine vulva in der periode hat ja das ist natürlich der psychiater weiß ich nicht was jetzt sagen würde der würde sagen muss man wieder ordentlich ficken eine wunderschöne tag ja bünder die halbe besatzung ist da er etikus treten sie mal sind pd 66 also folgendes wir haben hier wohl eine interessante entwicklung im fall jones so wie ich das gerade erfahren habe sie sind ja der leidende ermittler fallen mir leidens korrekt aber ja ich war dabei kurz ja ich nenne sie dann noch ich er nenne sie jetzt damit zum leitenden ermittler das heißt sie kümmern sich bitte auch um die akte und nimm jetzt bitte die aussage der dame auf wir hören jetzt erstmal zu und des herren ich weiß nicht wie sie haben wie heißen sie so mein name ist tim bradford redford und sie waren herr tim bradford okay dann herr etikus dann bitte fragen sie die dame mal und schreiben sie bitte mit und tragen sie mir mal ganz kurz ihre ausweise zeigen dann würde ich mir das mal ausbreiten genau natürlich das mal ich fang mal gerade an das wird interessant das wird interessant nicht dass ich aus dem falschen herrn das zu stecke sie machen aber das richtige man einmal bitteschön wissen sie wo ihr chef sich gerade aufhält also er hat irgendwas von mexiko gefaselt aber frage ich habe keine ahnung mexiko das klingt nach flucht also wenn ich mexiko höre dann immer an flucht ich denke auch direkt an flucht vielleicht auch eine reportage dort oder so streife zwei 10 30 und die switchman ganz kurz was was herr jones was da vorgefallen ist also erstmal war ich sehr verwundert wir wurden hier einfach angerufen die leitstelle ja er wollte uns nicht sagen was hier los ist und er hat dann gesagt ja notfall irgendwie hier bei weasel news aber ich sage meinen namen nicht unter diesen umständen wurden wir er beordert dass er sagt er hätte irgendeinen informanten bezüglich polizeigewalt ja und da habe ich mich dann schon mal gewundert er wollte uns dann natürlich auch nicht sagen wer dieser informant ist die geschichte geht dann weiter wir müssen von jones verabschiedet dass er beim pd anruft ja ich weiß nicht das ist nur was jetzt alles bei mir zusammengekommen es war nicht bei allen sachen dabei aber ich gebe mir einfach mal die geschichte gerade wieder und dann ist es so gewesen dass er jones scheinbar sein auto wurde scheinbar geklaut irgendwie von irgendwem und dann hat er dasselbe modell von einem taxifahrer gesehen und wollte dem das auto stehlen ja so hat sich der fall von jones dann heute hingezogen hatte auch noch irgendwas mit einer vierten ehefrau die heute ein kind kriegt und das vom anderen mann ich weiß nicht das war scheinbar ein ganz schrecklicher tag für den jones nur das geht natürlich so gar nicht ja sie sind ja ein renommiertes blatt hoffe ich und also wenn wir hier beordert werden von ort zu irgendwelche sachen weil weil ihr verlagschef da durchdreht was sind das für ein kerl ja ich sage jetzt einfach mal das was ich den kollegen hat schon erklärt ich kenne den herr jones auch noch nicht so lange ich habe ihn eigentlich als seriösen kennengelernt heute allerdings keine ahnung was mit dem los war also ständig hat er mich angerufen hat irgendwas gefaselt von neuer story und ja pd und das was sie auch gerade angesprochen hat und dann kam der jünglich vor vor dem gebäude und hat rumgeheult in diesem auto sein auto wird ihm geführt worden dass sie so ein bisschen hingezogen dann haben ihre kollegen persönlich ihn ja auch hier da genau da bin ich noch dazu gestoßen als wir gerade da die retter probleme hatten da mit dem und da hat er nämlich als er in ihrem auto saß nicht angerufen also erst hat er ja rumgeheult und ist gar nicht gut und dann hat er mich angerufen und geflüstert in ganz normalen ton ich muss dir was erzählen das auto wurde mir gar nicht geklaut ich habe nur mit dem autofahrerflucht also ich habe irgendwie jemanden angefahren ein motorrad oder so angefahren halt was fahrerflucht begangen war das ist ein fall den ich bearbeite ach okay das ist ja gut dass wir bei der hier sind aber das geht ja einander über das sollten wir dann mal irgendwie in einem erzählen sie mal weiter ja genau ja und dann ja meinte er hätte fahrerflucht begangen und hätte dann so getan als würde ihm das auto geklaut worden sein das ist natürlich eine interessante information also wie gesagt also wird das auto jetzt gestohlen oder nicht haben sie das kennzeichen von dem fahrzeug ganz spontan wissen sie wahrscheinlich nicht im kopf wäre wir gucken was in der datenbank nach wissen sie auch nicht woher der jones das zufälligerweise falls sie ihn kennen irgendwo abgestellt haben könnte oder so vielleicht steht das ja irgendwo im gebäude vielleicht können wir mal gucken einmal mal schauen hier die paar option macht ist gut also ist das richtig oder falsch was sie macht also ihr charakter angefahren hat nachher und das auto einfach stehen lässt natürlich nicht die fein englisch und da noch vortäuscht dass wenn das fahrzeug das ist was ich jetzt denke steht es hinten bei uns am parkplatz ach abgeschleppt ach okay dann fügt sich da einiges zusammen okay dann sollten wir gleich noch mal reden ich habe eine zwischenfrage an sie ich finde das sehr ehrenwert dass sie die ganzen informationen preisgeben eine frage an sie ich hoffe sie nimmt die frage nicht persönlich sie haben die rolle der chefredakteurin hier korrekt das heißt über sie ist eigentlich niemand außer der verlagschef haben sie das bestreben riesen news zu übernehmen nicht geplant ja aber sie beschleunigen den prozess damit weil das müssen wir natürlich abwägen nicht dass das jetzt hier einfach eine geschichte ist die sie erfinden ja okay also sie sie haben jetzt nicht die intention ihren chef ans bein zu pinkeln und wir jetzt den chef dann unter irgendwelchen umständen weil sie stellen ja schon als wahnsinnig hin und als lügner haben sie zeugen das hat haben sie zeugen dass die bestätigen können dass er jones sie angerufen hat streife 3 für leitstelle kommen ich kann bezeugen dass der herr jones die frau case aber das telefonat ja also das ding ist wir können wir können natürlich jetzt hingehen und das alles aufnehmen aber wir brauchen natürlich einen beweis weil herr jones kann ja natürlich alles abstreiten was sie erzählen und sagen sie wollen den laden einfach nur übernehmen wissen sie ich glaube ihnen ich glaube sie sind ich schätze sehr kompetent ein aber ich glaube dass das nicht so einfach ist dass er jones jetzt hinter schluss und regel kommt weil das kann ja jeder behaupten verstehen sie ja gut dann müssen wir das fahrzeug mal untersuchen ob er da sprung ich wollte gerade sagen war das ein dienstfahrzeug haben sie das kennzeichen intellekt dann wäre es recht einfach zu prüfen nein das war ein privates fahrzeug ich habe noch eine frage an sie wie ist ihnen der jones ist der wie ist ihnen aufgefallen also können sie das sie können vielleicht ein bisschen einschätzen sie beide kennen jetzt haben sie gesagt noch nicht so lange der das verlagshaus einfach übernommen hier in der stadt wie sieht das denn aus wie haben sie den wie ist er ihnen aufgefallen als was für eine person also am tag seiner einreise war er eigentlich noch recht ruhig sag ich mal hat seine seine eigene art aber das ist jetzt nicht weiter schlimm ja aber ich habe heute hat er was macht er ja schwierig zu sagen also er hat ja ein sehr anstrengendes gemüt warum ist sehr viel so so hibbelige sprache genau richtig ja also eigentlich zu allem etwas zu sagen und ist ja an sich nicht schlecht aber ich finde heute hat er einen jahren sehr wie kann man das sagen merkwürdigen eindruck gemacht also schon fast wie ein nervlicher zusammenbruch würde ich vielleicht nennen vielleicht ist ihm die arbeit zu viel geworden das kann natürlich sein es gibt verschiedenste optionen aber so lange ist ja nicht hier in der stadt her weist dass er jetzt nach drei tagen sagen würde oh mensch die arbeiten ja also sie haben den herren als eigentlich normal aber sehr hebelig eingeschätzt so habe ich ihnen auch eingeschätzt ich würde sagen der bret ja auch viele spieße um für eine story habe ich gehört oder gelesen vielmehr also ihr artikel da aber das lspd und die familie und deren carsten ist natürlich also das ja also würde ich noch mal überlegen ob ich sowas drucke als chef redakteurin und sie dahinter so was stehen ja also wollen ja als renommiertes blatt wahrgenommen werden nicht als keine boulevard klitsche ja ich verstehe ich natürlich ich verstehe das also herr bradford haben sie denn noch irgendwas gesehen was weiterhelfen könnte in dem fall schwierig tatsächlich nicht nein also wir haben eben nur den 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 herrn jones sehr verwirrt angetroffen und kurze zeit später waren dann auch sie schon am gut dann ja ist natürlich erstmal aussage gegen aussage aber wir forschen das mal nach ich bedanke mich auf jeden fall haben sie noch irgendwelche frage weise kassen negativ ich möchte sie nur eins ausrichten bitte sorgen sie dafür dass ihr chef unbedingt diesen artikel gegen herren carsten und frau morell entfernt und ich möchte da eine wie sagt man gegen druck auf jeden fall beantragen wenn das nicht der fall ist dann werde ich sie verklagen da können sie sich einen drauf lassen ja und ich bin der der gewinnt ok ich gebe ihnen dafür bis bis sonntag zeit wenn das nicht wenn der sonntag abend der artikel um 23 59 nicht entfernt wurde kriegen sie post und renommiert zu ruiniert den tag noch den tag noch angenehm wir wollen mit dem rp die die chefredakteurin auf herz und nieren testen weil das ist die hat ja das ganze staatsorgan dann die ganze kommunikation in der hand wisst ihr was ich meinen also dieses ganze kommunizieren aber die macht das gut die macht das bis jetzt gut sehr positiv ich hätte jones gerne noch länger gespielt er sollte einen grund haben warum der heute so durchgedreht ist das hätte ich euch im rp erklärt so kommen sie mal her also ich fände ich fand das gut was sie alles gesagt habe ich habe die vermutung dass sie schon also was ich ein bisschen schade bei der frau finde dass sie ihrem chef so richtig schnell in den rücken gefallen ist die hat ja schon gesungen bevor überhaupt ein pfügelchen irgendwas von der listin hat mich das auch ehrlich gesagt ein bisschen verwundert die sind ja eher ein bisschen bedeckt da eigentlich aber gut ich glaube die möchte ganz schnell die karriereleiter hoch das ist meine aber aber hat einer von euch mal den jones kennengelernt noch nicht doch du hast ihn kennengelernt ja vorhin kurz ich war ja mit dem herrn etikus mit dabei da hat er das würde ich vielleicht auch noch mit einbringen die aussage auch getätigt dass er die eine eine oder andere information hier auch in dem formorell schrägstrich an karsten artikel mehr oder minder veröffentlicht hat auch vom department of labor hat welche information dass ich schwul bin das berichtigen sie mich aber das ja genau das irgendwie das war dann ruhig doch mal da einen termin ob das da jemand gesagt hat also ich wenn dann sollte man das auch beanzeigen meiner meinung nach müssen natürlich sie entscheiden aber ich meine ich wurde auch als idiot und was weiß ich was ich wollte da jetzt keinen aufstand machen wir nachher was weiß ich bin artikel an wir müssen den jones auch erst mal finden mexiko seltsam es sei denn er hat eine heiße story mexiko kann ja alles sein also ich kann ihnen sagen die dame die wir mit der wir gerade gesprochen haben ja die ist auch nicht ohne gehen sie mal bitte auch wiese news und öffnen sie mal den obersten artikel top news krise ich auch gelesen ja dieser artikel ist wie als ob sie eine spur legen und dann den süden anzünden die headstar das autohaus gegen gegen das gegen die sauser gegen die gesamte sauszeit auf denen sich das mal durch interessant wo die ganzen infos herkommen wahrscheinlich damit ja die leute befragt und gegeneinander aufgespielt ich sage ihnen es kann sein dass was sie erzählt stimmt aber ich habe so ein bisschen das gefühl dass sie eigentlich den laden nur haben möchte verstehen sie das klatschblatt ja ja und wie schnell werden sie chef einer wenn sie chef redakteurin sind einer zeitung indem sie dafür sorgen dass ihr vorgesetzter verschwindet also wir können das behandeln aber ist eine theorie auf jeden fall es kann natürlich auch sein dass die sauer über diese artikel ist und sagt die will den loswerden also mir schien der jetzt nicht so dass die sache fingiert er war schon ziemlich fertig aber wer weiß wissen journalist aber die aussage mit der fahrerflucht und den schäden an den fahrzeugen das passt schon genau was passt das muss ja echt zusammenpassen muss der was denn da also wir waren am stadtpark wir wissen nicht wer gefahren ist gleich mal vorweg ich habe keine ahnung wer das fahrzeug gefahren ist aber es kann dunkel lila fragen sie mich nach der marke ich habe keine ahnung von autos der hat dort am stadtpark der serie motorrad angefahren und noch die hex von einem anderen fahrzeugen ist dann geflohen und kurs vor der unterführung bei dem vanilla unicorn ist ja dann gegen eine stacheldrahtzaun gefahren und dann geflohen okay wenn ich gefunden das fahrzeug ist sichergestellt und steht bei uns hinten am parkplatz mehr weiß ich dazu nicht aber das hat jetzt aber wir wissen nicht wer das auto gefahren hat nein ich habe überhaupt keine ahnung wer das gefahren hat okay das ist gesehen da kann ja jeder dran sitzen ja gut aber wir können mal den führerschein überprüfen bei fahrzeughalter so und wenn das verteidige mich nicht selbst ich versuche zwei parteien aufzubauen damit das spannend bleibt also das wäre dann schon verdächtig wo wir mal wieder bei unserer aktempflege werden wenn wir das erfasst hätten dann wüsstern wie es ja aber das auto was er hat das müssen wir doch in den datenbank haben oder oder haben wir das nicht in der datenbank das ist dann wüsste ich es ja schon okay okay verdammt okay dann haben wir jetzt eine aussage ob die glaubwürdig ist oder nicht dass bei urteilen sie sie legen das dann bitte um aussage gegen aussage halt ich kann das bericht überschreiben halt klar also ich würde da einfügen halt dass kurz den ablauf was vorgefallen ist auch vielleicht noch mal dann hinweis darauf dass ein verdacht gibt dass es das auto gewesen sein könnte was da am stadtpark am stadtpark war das muskera genau direkt am stadtpark bei dem park pressen wird am südlichen teil okay haben sie denn gesehen was der fahrer wenigstens an hatte oder so überhaupt nicht sich damit rücken die frauen hat es vielleicht gesehen aber ich habe sie gefragt sie hat das auch nicht wirklich wahrgenommen es war zu stressig und so schnell okay alles klar der ist ja aber noch mal ein müller hinterher ja weil er dachte das wäre sein auto wenn er jetzt wirklich einen unfall gemacht hätte das ist schon ein bisschen komisch dass er dann auch diese mehr müller hinterher gejagt ist ruhig doch mal an warten sie mal man könnte rein theoretisch auch noch mal den den chef von die war mit auf label befragen ob die glaubwürdigkeit von dem herrn jones in frage zu stellen okay sie übernehmen den fall ja dann werden herr carson und ich machen sie bitte eine akte dann fertig machen wir mit allem dumm und dran und je nachdem lese ich mir das dann durch dann gehen wir das bitte weiter an die staatsanwaltschaft die soll sich darum kümmern ja wir haben jetzt eh noch kaum fakten in der hand im prinzip haben wir erstmal nur aussage gegen aussage noch nicht viel loslegen ja das kann man ihn natürlich vorwerfen aber das anzeige erstellt ich wurde dazu angerufen nämlich von der leitstelle dazu ist müsste es eine akte geben jetzt eigentlich mittlerweile weil die leitstelle hatte mich angerufen kürze zu befragt ich treffe zwei wieder aktiv ich treffe zwei davon wurde der rolle gepackt und der fahrer ist abgehauen ja das stimmt dann wissen wir nochmal können sie es nochmal sagen ich habe es akustisch nicht verstanden mit dem funk der müller hat er gesagt nicht der artikus hat gesagt der müller wurde das auto geklaut von dem weil der wohl das gleiche hatte oder so das können wir kurz vergleichen weil wenn das nicht das gleiche ist was hinten steht dann ist das sowieso für die fische ja der scheint ähnliches modell zu haben der ja sie machen das schon ist ihr fall ja alles klar okay herr kass machen uns auf den weg jawohl eigentlich können alle autos mir sie arschloch so wenn bei die pappen doch jemand gesagt hat ich bin schwul dann sagen wir einfach nein wir bräuchten schon den jones der das bestätigen würde der druck setzt weißt du ja da kriegt sie sagen dann stimmt nicht wir machen jetzt mal einen kleinen eine kleine reise streife 3 für streife 2 kommt ja da ziehen wir vielleicht noch eine streife hinzu die uns dann begleitet verfolgen die flüchtige person in den gassen hier hinten dran kawasch weiße shirt dunkle kurze hose graue schuhe person gestellt war schon wieder ein bewerber da eben ich habe gesagt er soll dort auch wieder kommt gegen kantine okay cool jemand der im bis auch hat aber es ist nicht der knussmann aber hast du nicht aber haben wir den schon mal gefragt ich weiß nicht ich finde es immer gut wenn jemand noch keinen im bis an ja 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 streife 5 für leitstelle kommen streife 5 wird startes standort kommen unterwegs zum bewerber ja ich bin traumatisiert von letztem mal lass uns heute mal eine pause machen ja ja war ging halt nur um die schrittenkiste da oben wer liegt denn erst der motorrad oder roller boah ich dachte rechts nicht alle gucken zu aber der roller der darf ja auch gar nicht stehen weil er gehört dem pizzabesitzer besser ding ja auf und wir gucken mal brauche ich eine taschenlampe weil das ding irgendwie herunterschieben kann es mir helfen ja ich krieg seine das ist schwer damit an laufer okay 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 das ist gut es sagt ja eigentlich schon alter schwede bist du des wahnsinns ich will nach vorne ist doch klar jacob wolle mit charlie meine güte dachte ich schreibe die ganzen asphalten jetzt erstmal wenigstens hübsch alles gut ich bin nach wie vor hässlich und ich bin auf den füßen ja ich hab das auch im griff bin sportlich man jetzt fahren wir das hauszeit schön kaputt machen alle ja wir machen haben wir kaputt alles aber keine einträge kommen so schon mal eine hand falls irgendwas passieren sollte ja ja ich kann nur so ein führerschein kommen aber so protzig ist dass ich gerne doch keine teuren wagen ist doch nehmen dass das ich nehme an dass der laden hier generell nicht reinpasst ich weiß es nicht carsten i don't know und warum ich schon diese artikel ja hier können keine schwarze da guck mal da siehst du das da vorne rolle und polizei blaulicht eine streife alleine hier ok wir fahren jetzt hin wir fahren jetzt hin dann am kranken hier steht jeden tag im krankenwagen so wie wir etwas vorknöpfen ja die ging es echt ein anschiss ja hatte ich fahre ein stück rüber ach die hat mitgearbeitet die zweite streife dann ist ja alles perfekt sehr gut wir haben schon gedacht ob sie wo sind denn die kollegen was ist hier passiert wo sie schreiben wagen wir müssen zwei streifen wagen sind drei personen machen sie eine streife wenn sie alleine hier stehen gelassen werden funken sie eine andere streife dazu niemals alleine rumlaufen wissen was das hier für ein gebiet ist ja wir waren auf der anderen seite bis 33 aktuell negativ wird es aktuell ans krankenhaus überführt kommen wenn ich meine tasche haben lieber mitnehmen ohne witz steht rechts einer aufpassen hinter uns rechts rechts ja habe ich gesehen ihr guckt zu streiten hier ist eine leitstelle kommen und krankenwagen hier los weil wir gehört kommen hier 10 20 kommen chamberlains hills kommen so verstanden leitstelle ende man sie noch näher zueinander ja wir wollen ja nicht oben stein die rücken jetzt ab wir können aufsitzen wenn sie los genau wenn ein streife zu uns krankenhaus mit kommen würde ja einfach wir nehmen sich dem fall an ja ja wunderbar vielen dank nope ein ja sowas ja hier ja 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 es ist aber relativ ruhig hier ja können wir dennoch guckmann für die ecke ja wieder mal richtung norden fahren ja wir könnten uns haben umsehen wegen diesem ja wegen der mule und so das ist in der vision noch mal hier kann ich auch unter alle wochen echt dringend helikopter und boote super wichtig und wirklich ich sag mal weiter wir brauchen auch eben das schwere waffen wie die akka ich kümmere mich drum und neue uniform endlich mit panzerungen ich werde wahnsinnig alter ja schon ein komisches gefühl und gepanzert ist jetzt super dass sie die neun machen wollten aber es dauert ein bisschen mehr da ist ja ich will noch ganz kurz was nachgucken im internet ob das die pappen of labor neue stellenausschreibungen geben hat damit wir wissen ob welche unternehmen jetzt aktiv sind friseur gesucht der vollzeit arbeiten kann das für eine stellenausschreibung leitstelle für streife 2 kommen das haben die veröffentlicht ja damit auch die richtigen leute antworten und schreibt dann joe mother fucker mike tango crazy schnarche 3 kommen wir helfen wauwau mr officer hier ist mr polizmann wissen sie vielleicht wo die jamestown street ist leider nicht tut mir leid da aber sie haben doch ein gps oder nicht sie doch bestimmt auch in ihrem schönen grünen flitzer immer schön grünen flitzer wo sie immer von ihnen sehen wir haben sie auch mal unser auto von ihnen sind sie auch mal unser auto von ihnen sind ich habe keine ahnung wünsche uns schönen tag noch ist ja gut ist da im internet auch immer steht daneben die eine man fangen mal richtung freeway der freie weg diese freeway dann tritt sie die kamer richtig auf 55 60 sachen ja man das gefühl der freiheit ne ist doch wahnsinn am sonntag kommen die ganzen bewerber oder ne sonntag ja stimmt warte mal was ist heute sollte nicht die lopez kommen also ja nicht ich habe nichts gehört gut die hat sich ja gemeldet ja ok sind sie gemeldet jetzt ich sag ja die hätten sich schon gemeldet ne so ja die kollegen an der leitstelle ich wollte mal noch hier bei dem hier pass auf hier vorne ist ein unternehmen ja ein ganz runder cypress nennt sich das und ich habe gehört da sollen riesen logistikunternehmen reinkommen also hier werden bald dauerhaft lkw vom hof fahren diese müssen wir dann dauerhaft kontrollieren ja 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 du weißt was da transportiert wird ja glaub ich auch da könnt ihr auch ok hier links cool ok wird das auch mal wieder genutzt ja das ist ja lange leer damals der getränkehandel hier drinnen war mhm ok vielleicht treffen wir jemanden hier an links stehen auch trucks gelb ok ja ich kann mal kurz in eine runde ja steht auch noch ein truck ne im büro oder so streifen 2 10 20 stadtpark das ist mal ein riesengelände ne ja also da wird auch nicht vor euch umgeschlagen denke ich sind noch leute im dienst oder aus hier dann brennt auch licht ja geh mal hier rein hier kann man hallo sagen die tür auf dennis du hast eine sehr wichtige e mail im lucky e mail klingel doch mal abgeklingelt abgeklingelt ich hab geklingelt hier nochmal ja mach mal ich hab auch geklingelt schon dann geht jemand ran ja streife 3 kurze informationen äh fahndungen nach einem äh dunklen masker wunderschönen guten tag 3 bis 4 insassen einer der insassen ein weißes oberteil wir haben ein halbes kennzeichen 1 2 L 4 8 streife 3 ende leitstelle für streife 4 kommen ist äh ich bin ein bisschen oh der kaffee ich sag's ihm ja leitstimme hört kommen äh streife 4 10 20 cyprus hill kommen so verstanden kommen da wir auf die hände ok äh ich weiß nicht ob sie jetzt dann kann ich ja ich wollte nur erstmal schauen gut die haben äh ich wollte nur kurz schauen wer da jetzt geklingelt hat ich mach die tür auf der chef und äh der management ist auch drin ok das ist ja wunderbar ne ja vielen dank ok da jetzt ein guter schlüssel und jetzt noch das schlösschen und wo fährt es ist wer ist first ich kann den kotze holen wenn sie wollen oder ja wir warten kurz hier fragen sie ruhig ob ich herrn 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 ähm und ob hier alles ruhig ist ich rufe zurück bis hier so in der ecke ist ja ähm alles friedlich bisher ok ähm wie ist das so mit den angestellten haben sie schon einige jetzt die unterwegs sind oder formt sich das hier noch so ein bisschen ähm wir haben heute äh tatsächlich noch neue mitarbeiter eingestellt zum einen unsere äh sales managerin äh Ella Dunn ok meiner rechten ja und äh der rest wird sich die tage geben ok wir müssen uns halt auch noch erholen davon dass wir so getroffen wurden ja in der wirtschaftskrise ja hören sie mir auf ganze boden war im markt ähm hören sie bei ihnen kann man ja kann man ja der ganze boden war im markt genau der markt war im boden Entschuldigung langer langer Tag ich habe heute sehr viel funk und sehr viel gespräche gehabt und letztens 30 bewerber auf einmal das wollen sie nicht ähm ne das machen wir schön langsam genau bei ihnen kann man ja sehr charmant von ihnen bei ihnen kann man ja Lieferungen beantragen korrekt Ware bestellen korrekt also wir können auch einfach irgendwas liefern aber ich denke mal sie wollen was spezifisches haben mhm und ähm wie sieht es da so mit Ausrüstung und so weiter aus beantragt man das bei ihnen liefern sie das also wir wollen ja wenn sie da bedarf haben dann äh müssen wir natürlich schauen wie da die Einfuhrbestimmungen vom Staat Los Santos sind ja und äh wie gegebenenfalls können wir jemanden in ihr Büro gehen ja natürlich natürlich wunderbar kommen sie mit sie mögen Ziegelsteine sehr gerne richtig mögen ist übertrieben hahaha also ähm es geht um folgendes wir sind noch am Umbau aber sie haben es gemütlich hier ähm es ist das Problem in Los Santos ist dass die der Süden uns langsam recht durch die Rechnung macht der Gewaltgrad wird immer höher in Los Santos Sozialbauten wenn sie mal ein bisschen bei Wiesel News reingucken sie lesen auch da schon die ersten Artikel ähm und das PD muss auf jeden Fall die Sicherheitsbestimmungen für die Officer deutlich höher legen und wir bräuchten sowas wie eine neue Uniform die wir beantragen müssen sowie äh Schutzwesten verstehen sie ähm ich weiß jetzt nicht wie die Einfuhr ist wie lange die Lieferzeiten für sowas sind aber aktuell wir sind ungeschützt und können die Kollegen eigentlich so auch nicht da hinlassen verstehen sie wenn da Leute taktiklich niedergestochen werden ja ja das ist natürlich äh nicht so schön wenn man da Verletzte zu beklagen hat ja ähm Schutzwesten gibt es da bestimmte Normen die beachtet werden müssen ähm die sollten ähm Messer also stichfest sein auf jeden Fall und sollten die ein oder andere Kugel abfangen können auch von großkalibrigen Waffen das sind aber schon dicke Dinger dann ne also da ist die Bewegungsfreiheit ganz schön eingeschränkt ja das ist natürlich auch nach Rang ja ein Rekrut fährt ja jetzt nicht äh in den Süden wissen sie das ist äh das ist ja schon mit Erfahrung ne so schlimm da also ich hab das so bisher noch nicht so wahrgenommen tatsächlich ja also in letzter Zeit haben wir sehr viele ähm Bedrohungen dort festgestellt sehr viele Schießereien sehr viele Leute die am Boden äh äh dann während die am Boden lagen immer noch wieder dann zusammengetreten wurden Messerstechereien das ganze Programm es ist extrem schlimm geworden im Süden vor allem die richtige Hexenkessel zu sein ja also wenn sie können halten sie sich dort nicht auf ich hab da aber wir haben da Kunden also tatsächlich ja ja ok was liefern sie so dahin he he Fahrzeuge Importware ah zum Autohaus ja korrekt ok weil bei Weasel News ein interessanter Artikel der Chefredakteurin über das Autohaus aufgetaucht die sind da wohl nicht so beliebt ok ja da gibt es wohl Kontroverse zwischen den Alteinsässigen im Süden und der Leute die da wohl jetzt ein neues äh Autohaus aufgebaut haben weil das so hochglanz ist und das würde dort nicht reinpassen und da hat der Friseur sich da schon geäußert der wohl sehr viel Einfluss im Süden hat naja müssen sie nicht mal durchlesen bei Zeit da war ja die Tage auch ähm also ich glaub letzte letztes Wochenende das da geschlossen gewesen ist weil geschlossen war weil es wohl Übergriffe gab genau mehrere Übergriffe mit Baseballschlägern und so weiter wie ich gehört habe ja nicht so angenehm da ja ok das werde ich mir mal merken wir haben da gerade erst wieder eine Lieferung an Freirädern hingebracht ok muss mal gucken wie das mit der Finanzierung ist gut zu wissen ja die werden glaube ich erstmal eine teure Versicherung brauchen ne was da alles äh aktuell naja auf jeden Fall mal äh komplett auf Vorkasse umstellen genau und das Sicherheitsorgan wie gesagt das muss auf jeden Fall geschützt sein und da würden wir dann gerne mit ihnen ähm äh mit ihnen dann ins Gespräch kommen das muss jetzt nicht unbedingt heute sein je nachdem wann sie Zeit haben die nächsten Tage und dann eine Bestellung aufgeben dann müssen wir sagen was das kosten würde Uniformen wir müssen durchrechnen wie viele das sind wie viele Kollegen wir einkleiden müssen wie viele äh äh männlich weiblich gehe ich davon aus ne richtig ja also im Durchschnitt würde ich sagen brauchen wir 20 Uniformen im Durchschnitt ja weil das PD das müssen wir erklären wird ja immer größer soll das dann ein Dauerauftrag sein oder ja wahrscheinlich weil das das Problem ist ähm wir haben sehr viele Kollegen die in den Dienst kommen aber dann mal wieder ein paar Tage sich ein bisschen Urlaub gönnen und dann fehlt die ein oder andere Uniform wissen sie und wir müssen immer dann nachbestellen hat dann nicht jeder Officer seine eigene Uniform ja aber ja das ist ja genau das Problem sehen sie also verstehe ich das richtig sie wollen immer 20 Uniformen in Stock haben dass sie wenn ähm manchmal zerreißt wird eine Uniform im Einsatz auch äh kaputt gerissen oder äh das ganze wie sieht das denn mit ihren Lagermöglichkeiten aus äh können wir ihnen da eine größere Menge anliefern und äh oder sollen wir das lieber so handhaben dass wir das bei uns vorrätig halten und ihnen dann bei Bedarf äh kleinteiligere Lieferungen zu kommen lassen ja ich denke der erste Schwung der müsste schon ein bisschen größer sein ja damit wir direkt äh die um die die umkleidung durchführen können dass die Kollegen direkt alle ausgerüstet sind und dann würde ich sagen wie viele Mitarbeiter haben sie aktuell was sagst du Carsten 15-20 ne äh aktiv im Dienst ja mit den Rekruten werden es aber dann ab Sonntag können das bis zu 30 insgesamt werden ja 30 okay dann würde ich vorschlagen wir bauen direkt ein bisschen Puffer ein gehen auf 40 vielleicht sogar 50 ich hätte sogar 60 gesagt auf lange Sicht brauchen wir das tatsächlich obwohl die Kollegen geben ihre Uniform ja ab wenn sie auch so ja aber es kann sein dass man also ich hatte letztens einen Vorfall da haben wir ein Training gemacht und dann war mein mein Hemd kaputt ja okay dann hast du schon wieder eins weg klar ja ja und wenn du eine Schießerei hast und da kassiert eine Kugel dann geht die Kugel ins Hemd oder im schlimmsten Fall soll der dann mit einem Loch im Hemd rumlaufen ja oder ein Loch in der Schulter ne geht der auch nicht äh das ist äh eine andere Sache ja genau aber ich denke 50 würden reichen erstmal ist auch eine Summe äh äh ist auch eine Nummer äh müssen wir auch gucken was das was das für ein Preis hat ja ja was haben sie da gedacht äh unterschiedliche Variationen äh bei den Oberteilen sie können ich kann ja also ich hätte gerne tatsächlich ähm eine also wir bräuchten praktisch eigentlich nur drei Sets ja männlich weiblich im Idealfall noch lange Ärmel kurze Ärmel ähm Westen sind einheitlich und äh dann wollten wir noch eine Bestellung machen für ein Zivil Outfit also das ist ein weißes Hemd habe ich gesehen äh wo tatsächlich ein Holz daran befestigt wird mit einer Anzughose ist äh für die Detektive Einheit ja so sieht es aus mehr wollten wir eigentlich nicht okay Er相信 die 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 Holzer ich denke mal die die äh äh ähm theme müsse wir ihnen jetzt nicht besonders importieren äh da könne man auch zum halt noch sie äh Wir müssen, glaube ich, nochmal auf die Schutzwesten zu sprechen kommen, tatsächlich. An was für Spezika... Also, sie brauchen Großkaliber. Korrekt. Sagen wir es so, das Beste, was sie haben. Das Beste, was sie haben. Ja. Mit einem Schriftzug-Police-Werkung. Wir müssen natürlich schauen, was wir bekommen können. Also natürlich, dass man das erkennt, dass es von der Polizei ist. Das wäre natürlich am Idealsten für uns alle. Was ist, wenn ein Zivilist zu Ihnen kommt und sagt, er braucht nur Schutzwesten? Wir haben mit Privatpersonen an sich nichts zu tun. Okay, sehr gut. Und, wie gesagt, die Einfuhrbestimmung beachten wir natürlich. Wenn wir das nur an Staatsorganer ausgeben dürfen, dann werden wir da natürlich auch nicht anfangen, das an einen Autohändler rauszugeben. Da brauchen sie sich bei uns keine Gedanken machen. Okay. Genau, dann bündig, also entweder, ich weiß nicht, ob sie es heute schaffen. Wie ist denn das Verhältnis von männlichem zu weiblichem Schnitt? 70-30. Ja. Schreiben sie auf? Mhm. Aber wir arbeiten dran, dass es 50-50 wird. Aber gar nicht so einfach. Tatsächlich ein sehr männerbasierender Job. Ja, aber Frauen können auch mal ganz schön deeskalierend wirken, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, klar. Ja, dann machen wir weiter eine Preisliste. Ähm. Preis nun fertig. Mhm. Wollte noch was sagen? Ich überlege gerade, die Uniform, wo haben sie denn die Uniform, die sie jetzt haben, bestellt? Ach, wissen Sie, das war damals, ähm, ist das, wo haben wir das nochmal bestellt? Ist das nicht noch der alte Grundbestand gewesen? Also, gehen wir davon aus, dass wir uns einen neuen Zulieferer dafür, ähm, ja. Vermutlich. Das Ding ist, unsere aktuell, unsere normalen Uniformen, die konnten wir ja nicht mehr tragen, weil ja alles verschimmelt war, und wir mussten auf diese, die eigentlich schon weggepackt, eingelagert wurden, zurückgreifen. Das ist ja nur eine Notlösung aktuell. Okay. Und wo die herkamen, keine Ahnung, wir sind ja schon, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so, irgendwo im Karton. Mhm. Ja gut, da gibt's mittlerweile auch, äh, angenehmere Verarbeitung, als das, was es da vielleicht vor 20, 30 Jahren. Atmungsaktiv ist, glaube ich, das Stichwort. Atmungsaktiv. Modisch gern, ein bisschen sportlich, kann es sein, ja. Nittich. Für den Tief noch mit weißen Streifen an den Hosen an der Seite. Ja genau, das ist modern und hip. Naja, das gefällt dir, ne? Zumindest für eine Parade. Also es soll keine Paradeuniform sein, also hier, tagtäglicher Arbeitstier. Paradeuniform, wenn wir mal reich sind, oder Tief? Eines Tages, wenn wir, vielleicht brauchen wir tatsächlich mal eine Uniform, Gott bewahre, wenn wir mal zu einer Beerdigung müssen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ja, dann ist eine Paradeuniform richtig. Er weiß, was diese Stadt uns alles noch lehren wird, ne? Wir können uns ja schon mal für die Zukunft darüber informieren, was das preislich wäre. Und dann? Was denn? Kannst du auch jetzt nicht die Teufel nicht an die Wand? Nein, aber Paradeuniform ist... Da kommt der, da kommt der... Der 4. Juli kommt auch. Ja, Der 4. Juli kommt auch. Patriotismus, ich bitte Sie. Ja, selbstverständlich. Sie haben sich noch gerettet, Maim. Sie haben sich noch gerettet. Oder wollen Sie etwa tote Cops auf der Straße sehen? Nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Das würde komplett meinem Naturell... Ja, wir haben Sie im Auge, Maim. Lachen Sie nicht. Nein. Oh, schön. Ne, machen wir fertig. Okay, dann schicken Sie mir die Preisliste zu oder kontaktieren Sie mich einfach per Telefon. Nummer haben Sie, glaube ich, oder? Ich glaube, oder? Ne, haben wir noch nicht ausgetauscht. Ich bin immer bei Ihnen zur Rezeption gegangen. Okay, ja, viel zu unbeständig. Die 555-861-559. Können Sie uns auch mal... Wir müssen noch mal von vorne anfangen. So schnell war ich nicht. Ah, okay, okay. Ein Mann der Zahlen und kriegst das nicht so schnell hin? Okay. 555-861-559. Natürlich, Sie werden doch den ganzen Tag Rechnungen schreiben hier, oder nicht? Dafür habe ich Personal. Ah. Wie lange dauert das ungefähr, bis so eine Bestellung ankommt? Haben Sie da Erfahrungswerte? Es kommt natürlich ganz drauf an, wie groß die ist, was das für Material ist, ob das vorrätig ist in der Menge. Ja, gut. Das müssen wir erst abklären. Ja, gut, alles klar. Okay, dann kontaktieren Sie uns einfach. Wir würden uns darüber freuen und es wäre super, wenn Sie uns sagen würden, welches Budget auf uns dazukommt, weil es eine Sammelbestellung ist. Hoffentlich, dass Sie ein bisschen mit dem Preis runtergehen können. Und ja, dann bringen wir Ihnen das Geld. Sie bringen uns das Equipment. Am besten fahren Sie dann wieder mit dem LKW hinten da auf den Hof. Wir laden alles um. Unkompliziert. Und wir empfehlen Sie dann natürlich weiter. Ach so, wie sieht es aus mit Gürteln? Sind die dabei, standardmäßig? Da müsste ein Gürtel dabei sein. Ist ja eine gesamte Uniform, oder? Schuhe, Gürtel, Hose, Oberteil. Ich schreibe es mal mit auf, dass Sie das auf jeden Fall wünschen. Utility. Ja, genau. Handschellen, Waffe, Funkgerät. Genau, das ganze Programm. Ach so, wenn Sie das dann von hier aus angeliefert bekommen, ja, und Sie wollen das zum Los Santos Police Department bringen, informieren Sie uns bitte vorher vor diesem Transport, weil wir werden dann eine oder zwei Streifen diesen LKW-Transporter dann begleiten, ja, weil sonst gibt es ziemlich verrückte Menschen in dieser Stadt. Okay, dann machen wir uns wieder auf den Weg, ich danke Ihnen und viel Erfolg, ja, also mit dem Ganzen hier, das sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus, wie groß dieses Grundstück alleine ist. Ja, es ist leider nicht mehr viel von dem alten Glanz übrig geblieben, das war mal größer. Ja, aber es ist, ich mich daran erinnern, als ich gesagt habe, Mittelstand. Ja, ja, aber es ist schon sehr beeindruckend, hier werden dann wahrscheinlich bald viele LKWs vom Hof rollen, ja? Ja, hoffentlich, hoffentlich, also es, wir arbeiten daran. Haben Sie schon langsam, geht langsam wieder los. Haben Sie schon eine Anzeige gemacht, dass Sie, ähm, Mitarbeiter suchen? Ähm, Mitarbeiter haben wir genug in der Queue, also wir haben, wir haben noch mehrere Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter, mit denen ich spreche. Ach, ist ja, mit denen wir sprechen wollen. Ähm, aber wir brauchen natürlich auch Arbeit für alle, ne? Das, das muss auch klar sein. Klar, aber ich denke mal, wenn der Laden hier einmal läuft, dann werden Sie viel zu tun haben. Wenn man Sie versorgen ja im Grunde, dann wird das auch wahrscheinlich durch die Decke gehen und dann werden wir den einen oder anderen vorsätzlichen Fahrer benötigen. Gut, Herr Carsten, haben Sie noch eine Frage? Nein, Sir, soweit nicht. Okay, dann wünsche ich mir noch einen schönen Abend und vielen Dank, ja, für Ihre Zeit. Ebenso. Danke gleich, weil ich bringe es noch gerade zur Tür. Ja. Machen Sie es gut. Dankeschön. Wiedersehen. Eine Art der Mannen, Jeremiah, so. Ja, der soll nicht mal ein paar Arbeitsplätze schaffen, das kann die Stadt echt gebrauchen zur Zeit. Ähm. Dann kann die Southside auch mal ein paar Jobs kriegen, eigentlich. Ja, die Arbeitslosenquote geht dann wieder runter. Ja, ja. Zeit wird aufklüge, ich sag's dir. Mhm. Aber netter Chef, oder? War das der Chef? Ja, sagte ja, der Mitarbeiter ist der Chef. Walter Weiss, Chief of Police. Hallo Herr Weiss, PD22 Leitstelle hier. Ja. Äh, haben Sie gerade den Funkspruch mitbekommen mit den Dinkybooten? Äh, negativ. Wo, was? Wo? Dinkyboote wo? Dinkyboote, ich weiß nicht genau wo, Streich 2 hat das gemeldet. Wie sollen die weiter vorgehen? Beobachten? Äh, wo? Die sollen, ich mach Funkgerät an, ich meld mich. Alles klar. Okay, es findet gerade wohl eine illegale Einreise statt. Okay. Dinkyboote wo? Die 990 meldet sich gleich bei Streife 2. Okay. Streife 2, bitte für Streife 4 kommen. Check. Streife 2, endo. Streife 2 für Streife 4 kommen. So erst mal Norden, fahrst du mal in die Richtung. Da bin ich eingestellt. Das Tor zu. Hören die mich nicht im Funk? Streife 2 für die 99 kommen. Ich hör dich. Okay, was willst du wissen, wo die sind, ne? Streife 2 für die 73, komm Wollen die mich verarschen? Er ist jetzt tot, oder was? Leitstelle für die 99, komm Leitstelle, hört, komm Streife 2 war die letzte Kontaktperson, die die Boote gesehen hat, komm Der Herr Steiger, PD 92, komm Check, PD 92 für die PD 99, komm Der hat doch gar nicht auf den Funk geantwortet, haben die den gepackt? Leitstelle für die 73, können Sie uns im Funk hören, beide kommen Ich höre Sie beide, check, kommen Wir versuchen PD 92 im Funk zu erreichen, hören die nicht, können Sie PD 92 hören, kommen Meldet sich nicht im Funk, ich versuche es per Telefon, Sir, kommen Check, können Sie den letzten Aufenthaltsort von PD 92 kommen Leider nein, letzter Funkspurt war Dinky gewichtet, das war Okay, die waren letztes Mal beim LM-Mosee Aber da sind die doch nicht nochmal, so dumm ist doch kein Mensch Weiß man ja nicht, aber wir haben gar keinen anderen Anhaltspunkt Hafen, aber nicht, dass die den jetzt haben, den Steiger Ja, aber wo wollen wir denn hinfahren? Der letzte Anhaltspunkt war der LM-Mosee Wir haben das sonst nichts, wir müssen in den Norden Streife 1 für Streife 4 kommen Streife 1, hört Okay, an alle Kollegen wichtige Information, es wurde gemeldet, dass sich wohl ein illegalen Grenzübertritt gerade ereignet, es wurden Dinkys gesichtet, das sind schwarze Schlauchboote Halten Sie bitte Ausschau danach an den Anlegerpunkten Kommen So verstanden Streife 5 steht sich an Teilen Sie sich bitte auf, machen Sie untereinander mit der Leitstelle einen Raster und prüfen Sie die Orte Wir setzen unsere Fahndung im Norden fort, kommen Wir brauchen nicht gegenfunken Ende Telefon Ne, jetzt nicht Kassen 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 Warum? Kief, soll der Kollege Adams sich bei uns melden, Kino 5? Nein, wir müssen wissen, wo die scheiß Boote sind Nein, der Kief weiß nichts davon, warum sie sich melden sollen, ich weiß auch nichts davon Sitzt der in Streife 2 drin, frag mal Ja, sind Sie im Dienst? Welche Streife sind Sie? Wo sind die Schlauchboote? Westhighway in Richtung Norden, ja Hat er aus, ne? Alles klar Alles klar, check, wir kommen Die sollen sich zurückhalten Bis gleich Die haben keinen Empfang Ähm, fahr zum Westhighway, die sind hinter Fort St. Kuro Ich, ich mach dir das weiter, ich mach's jetzt mal wie Äh, an alle Kollegen, wir haben soeben einen neuen Standort bekommen Bitte fahren Sie Fort St. Kudo an Am westlichen Highway Genau Die sollen westlichen Highway runterfahren Auf dem Westhighway Auf dem Westhighway Sofort alle Streifen mobilisieren und dorthin Die Leitstelle koordiniert Täter möglich, schwer bewaffnet Bleiben Sie auf Abstand Alle Streifen sind angekommen, bitte kurz 1020 durchgeben Ah, fahr doch, du scheißkarre Streifelboot, 1020 Ich würd nicht hier lang fahren, oder? Ist das nicht länger? Doch, doch, der kürzeste Weg Karte 3, 1040 Ja doch, ist okay Ich hab mich so schlängelt, geschlängelt aus Ja, die haben aber AKs, ne? Also wenn, dann Das ist aber auch ne scheißstraße, dass da ich es nicht gab Ja, auch wenn der Highway weiter weg ist, man holt halt durch die Geschwindigkeit auf Ja Aber jetzt geht's los Ja Hast du deine Waffe dabei? Natürlich Laden Ja Ja, ja, ja Durchgeladen Das ohne Westen, das schmeckt mir echt nicht Ne, wir gehen auf Abstand, wir schießen nur, wenn wir müssen Ja, ja, natürlich Wir werden da kein Ja, ja Weil Wir sollten eine Streife vielleicht irgendwo positionieren, sind die Chance oder so Da steht doch, warte mal, da steht doch ein Sandy Chance, diese schwarze Karre Vielleicht wollen die da wieder hin Sollen die da mal hinfangen? Ne, wir nehmen jetzt erstmal den Punkt hier mit, um die Boote zu sehen Alleine fahren wir da nicht hin, bist du wahnsinnig? Ja, und du erstmal von Weitem beobachten, ich würde da jetzt nicht so Lass uns eben kurz zu dem Einsatz hinfahren Und dann haben wir direkt, machen wir U-Turnen und hauen ab, die Kollegen sollen erstmal dann Boot im Auge haben Oder? Ja Manchmal werden Helini schlecht ähnlich Ich bin dran, ich arbeite Ja Ist schon mal gut, dass die Uniform jetzt in Auftrag gegeben sind Ja Boah, es wird aber echt hart jetzt in der Stadt Wir befinden uns eine Meile südlich vor St. Kudu Frage, was für den Bereich sollen wir genau übernehmen? Kommen Übernehme mal hier, kannst du die Dings übernehmen? Ja, die sollen sich da sammeln erstmal, ja? Wenn wir weiter Richtung Norden fahren, sehen wir auf der linken Straßenseite unserer Streifenbahn, komm Ja, Streife 3, so verstanden Frage, sollen wir zu Ihnen aufschließen oder sollen wir weiter die Küste abdecken, kommen? Ja, 370 hier, bitte alle dort sammeln 3, 3, verstanden, sammeln, kommen 3, 70 hier, Ende Die waren ja auch noch im Trug, glaube ich Oh, jetzt wird spannend, Mann Hier, konzentrier dich, Mann Es geht zum Leben ohne Tod, Alter Eingerostet Kann sein, dass wir beide gleich weggepustet werden, Mann Warum? Nein, hast du mir noch irgendwas zu sagen? Hast du mal einen Pornofilm gedreht oder so? Ja, mehrere Dich Ich bin halt ein Stecher Ich habe alles gemacht, ich kann sterben, Mann Ich liebe dich, aber Waffen hat es nicht gereicht mit dir Oh Mann Ich sehe schon die AK gleich fliegen Und nein, jetzt auch noch Regen Ich werde bekloppt, ist das hier dann ernst? Das gibt es auch nicht Du machst mir Angst, ich bin 20 Jahre gekommen, jetzt machst du mir Angst Lass uns einmal die verfickte Stadt fahren, Mann Ich bin dafür noch nicht bereit Ich würde noch mal beim Friseur gucken, ob da ein Haschisch ist Haschisch, Mann Ah, Haschisch Haschisch ist auch gefährlich So, jetzt soll gleich eben ein Streifenwagen stehen, ne? Ja, auf der linken Seite Guckst du mit? Ja, selbstverständlich Ah, die Kollegen vor uns werden die aber auch sehen Ah, okay, links Strasse 3, 10, 20 am Treffpunkt Alle Fahrzeuge bitte legt aus, ist sofort 3, 4, 10, 20 am Einsatzort Ich will mal wissen, wo die Boote sind, vielleicht sehen wir den noch Okay, wo? Unten, wenn die Frasse runtergehen Ja, hier unten ist ein Steg mit Vermutlich ein Bootspfeil mit irgendwie ca. 5 Dingis Eine davon ist der Motor an Da ist der Motor an Ich hatte die Person, dann weiß ich, wo wir hinfahren sollten Ja Wir gehen jetzt erst verstärkt zusammen alle runter Die Täter, ganz kurz Zack, zack, kommen sie rüber So, alle Streifen da Gut, zuhören Die Täter verfügen über Langwaffen Okay Das ist ein Wenn Dann ist es ein illegaler Grenzübertritt Ja Ähm Nehmen sie bitte Wir haben jetzt die Erlaubnis Ihre Schusseisen in die Hand Ihre Waffe Aber gesichert Sie schießen nur auf Kommando Wir gehen da jetzt erst die Boote zusammen runter Äh, angucken, ja Folgen sie mir Sollten sie jedoch beschossen werden Dürfen sie natürlich das Feuer erwidern, ja Jawohl Wer war der Kollege, der die Boote zuerst gesehen hat Adams, vorgehen Ja Ihr Partner hinterher Jawohl Sie schießen immer wieder auf den Boden Es ist einiges Es ist einiges Aber das ist einiges Es ist einiges Es ist einiges Kopf runter. Bin mir nicht sicher, sehe eventuell eine Person dort stehen, hell gekleidet, kann das sein? Oberhalb des Stegs, auf unserer Seite. Langsam nähern, langsam nähern, leise, leise, leise. Die 43 vermutet, dass es ein Rettungsring oder so ein Strommast. Nicht alleine vorrennen, zusammenbleiben. Die Kollegen hinten aufschließen. Kopf runter. Vorne am Steg Position beziehen und warten. Stopp, runter, runter, den Kopf runter, den Kopf langsam, langsam, langsam. Ach, du heilige. Zähle fünf Boote. Check. Bleiben sie unten. Zwei Kollegen sichern nach hinten ab und gucken den Weg hoch. Also wir waren gerade eben unten und da war halt niemand, das heißt, die müssen ja von oben kommen. Wie lange stehen die Boote schon hier? Das ist, wir sind seit 15 Minuten hier. Sky für fünf vor. Ich denke ja, dass die von hier wegfahren. Ja, aber das Problem ist, wenn die von oben kommen. Unsere ganzen Streife-Fragen stehen ja noch oben. Ja. Besser wäre es jetzt alle auflösen, eine Streife observiert, ob jemand kommt, wenn ich das sage. Ruhig, ruhig. Lassen Sie uns mal belegen, wo wollen die mit den Booten hin? Entweder sind die Boote schon länger hier? Wie? Rude. Ja. Ich glaube, die sind angekommen. Ich glaube auch, ne? Und das Ding ist, die werden ja wohl nicht... Und meinst du, die laufen? Carsten, komm los, wir wissen, wo wir hin müssen. Äh, send die Chance. Äh, zwei Streifen bleiben hier. Ach, okay. Sie bleiben hier. Hier bleiben. Ja, weiß die Mann die Mule wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, okay, okay. Ich weiß wohl. Die Mule wird... Die Mule wird dort nicht stehen. Die werden die bewegt haben, wenn sie die nutzen. Ja, vor 30 Minuten war ich und Skinner am Einsatzort und da war noch drei gestanden. Da sind auch keine Spuren zu sehen, Reitenspuren oder so. Fahren wir geschlossen nach Sandy's House oder... Negativ. Wo ist ihr Partner? Wo ist ihr Partner? Der dürfte nach unten sein. Ist das ihr Ernst? Die fahren doch nicht alleine da hin. Rufen, funken sie den hier hin. Skinner für die 43 Klo. Unterwegs ist unser Auto. Check, ich warte da raus. Trafizieren bitte. Einsteigen, Carsten. Soll ich markieren? Habe ich schon. An alle Kollegen, wir verlegen den Einsatzort nach Sandy's Chance. Bewegen Sie sich nach Richtung Sandy's Chance. Eine Streife bleibt in der Nähe dieses Stegs. Bitte machen Sie das unter sich aus. Die anderen Streifen, Sandy's Chance. Einmal den Ort absuchen. Fahren wir über den HW rum? Ich wollte hier oben rumfahren, ja. Okay. Eine andere Richtung wäre schneller gewesen, ne? Scheiße. Das weiß man nicht, weil das ist... Wir kennen den Weg ja. Das ist sehr kurvig und sandig. Da kannst du nur 20 fahren. Und außerdem können die auch locker hier langfahren. Das weiß man nicht. Dann machen wir den Code dreimal aus, ne? Ja. Halt die Augen auf, Mann. Ja. Ey, deine Knarre mal bereit, ey. Von dem Fall, wer weiß. Ich hab die in der Hand. Lass mich nicht verarschen. Die können überall sein in den Feldern, ne? Ja, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die auf den Sandweg nehmen, weißt du? Ja, ja. Den wir eigentlich eingespeichert haben im Navi. Und wenn du denen da begegnest, dann sitzt du aber auch in der Schale. Ja, Schreife 3, Frage. Wo ist der Treffpunkt und gibt's eine genaue Anmarschroute? Kommen. Negativ. Ich wiederhole, sie sollen in Sandy Shores eine Rasterfahndung beginnen und sich untereinander absprechen. Hören Sie bitte zu. Ähm, vierten, übernehmen Sie bitte die Aufteilung, komm. Ja, Streife 3, so verstanden. Rasterfahndung im Bereich der Handy Shores, 36 übernimmt, Koordinierung. Bist ja immer auf den Punkt kommen, da ist schon... Ja, check, 3 ist die Ende. Ja. Streife 1, hier Streife 3, kommen. Streife 3, zuhört. Streife 1, hier Streife 3, Sie übernehmen den südlichen Teil Ellemosee, Sie fahren die nächste Straße Küstenregion Ellemosee ab. Von West nach Ost, erster Ankerpunkt der Trailerpark, den werden Sie als erstes anfahren und dann fahren Sie nach Osten bis an das Ende von Sandy Shores von der kleinen Stadt, kommen. Streife 1, verstanden. Geil. Äh, Streife 4, hier Streife 3, komm. Sind wir. Die Streife, Sie hört, kommen. Ja, Streife 4, hier Streife 3, Sie übernehmen den, ähm, Nordteil Ellemosee, ähm, Sie werden von der östlichen, vom östlichen Ende Sandy Shores anfangen, äh, über Grape Seed, ähm, nahe dem Ellemosee Richtung Westen zu fahren, kommen. Es ist spät, wir sind jetzt schon hier. Ja, Check, äh, übernehmen Sie hier, kommen. Ja, fahr einfach rechts, das passt. Ja, verstanden, Sie fahren, ähm, bis zum Trailerpark, äh, im westlichen Teil Sandy Shores, kommen. Ja, verstanden, übernehmen den kompletten Nordteil von Ost nach West. Wir wissen, wo diese Karre steht, Carsten, lass kurz das mal checken. So richtig, äh, Streife 3 wird, äh, im Gegensatz zu Ihnen sich bewegen, also nicht erschrecken, Streife 3 hat's am Ende. So, wo war das jetzt, hier rechts, ne, die Karre? Ja, irgendwo hier rechts war das, ähm, hier links, war das hier schon links? Äh, 99, hier 96, komm. 99 hört. Äh, 96, Frage soll weiterhin, äh, der Bootsteg, äh, nördlich vor Zankudu im Blick erhalten werden, oder können wir die Einheit dort abziehen, komm. Halten Sie das im Blick noch? Ja, 96 standen, äh, warte, ich weiß wo, das war irgendwo in so einem, muss ja an der Hauptstraße gewesen sein. Das war, das war hinter so einem Store versteckt, so ein Geschäft. Muss irgendwo hier an der Hauptstraße sein, das war, glaube ich, noch weiter raus. Ja, wahrscheinlich, ja. Kann sein, dass das links der, die Route 68 ist, oder 86, 68. Wenn wir hier rechts fahren. Rechts, ne? Ja. Rechts, ne, ist das das? A, C, E? Ja. Dann müssen wir rüber. 36 für die 66, komm, bitte. 66, ja, 36, komm. Ähm, wir sind in Streifen 5 unterwegs, wir sind nördlich vom See, ein bisschen ausschaubar, ne? Ähm, ja, verstanden, äh, Streife 6 für Sie, dann Auftrag, verlegen Sie zur, äh, westlichen Seite LMO See, ähm, decken Sie vor allem die Brücke ab und fahren Sie den westlichen Teil LMO See ab, komm. Wird so gemacht, wird so gemacht. Die Mule beim Bauernhof. Ja, in Grape Seat, äh, soll ich das mal markieren? Ja, mach mal. Streife 4, hier, Streife 3, komm. Oh, na, die geht nicht, ich habe angefunkt. Ja, warte. Boah, Streife 4, komm. Ähm, ja, hier, Streife 3, ähm, äh, Sie fahren ab sofort weiter in den nördlichen Teil LMO See ab, werden aber, äh, westlich das eingrenzen, äh, bis kurz vor die Brücke, dort wird dann Streife 6 übernehmen, kommen. Ja, so verstanden, komm. Äh, ungefähr ein Zug, bis Grape Seat, fahren Sie, äh, den Rest über dem Streife 3, komm. Obwohl, wir sind ja auf der richtigen Seite. Ja, ja. Ja, so verstanden, komm. Verstanden, Streife 3, Ende. Nee, Quatsch, wir sind gar nicht, wir sind im Süden. Hey, wir müssen jetzt gleich links. Die Streife 3 für alle Einheiten im Einsatzgebiet, Handyschrance, äh, bei Sichtung von verdächtigen Bewegungen, äh, melden Sie dies, ähm, und wir werden dann weiter, äh, disponieren. Streife 3, Ende. Moment, haben die einfach nur die Boote da gesehen, oder haben die wirklich Bewegung gesehen? Ja, haben nur die Boote gesehen, die Boote können auch länger da schon stehen, ne? Ja, es gibt ein Licht auf, ich dachte, die haben da was beobachtet, die sind angekommen oder so. Wo würdest du, also wenn ich dich schmuggeln würde, Ja. Dann würde ich dich hier in die Wüste bringen, oder? Ich würde nicht, ich würde nicht, ähm, in die Stadt fahren. Ich würde die Leute irgendwo hier rauslassen. Da ist der ruhigste Ort. Ich würde die, eigentlich würde ich die tatsächlich an der Küste rausschmeißen, ganz ehrlich. Ich würde die an der Küste rausschmeißen. Passieren, keine Ahnung, oder ich glaube, man zeigt sowieso ein Voraus. Da. Ja, und die stand letztendlich anders, oder? Aber gut, die ist noch da, ich dachte... Wollen wir das mal abschicken? Leitstelle für Streife 4, komm. Leitstelle, hörst du uns? Wir befinden uns 10, 20, äh, Sandy Shaws, ähm, Grape Seed an einer heruntergekommenen Farm. Wenn sie nichts mehr hören sollten, dann bitte Verstärkung schicken. Streifenwagen steht direkt davor. So, verstanden, check. 99, Ende, Streifen 4, Ende. Was ist mir Angst, Mann? Hallo? Guck nach hinten. LSPD, ist da jemand? Hier drüben ist sauber. Boah, alles gut. Alles sauber. Jawohl. 3, 4, 4 meldet, Einsatzort sauber. Wir verschieben unseren Einsatzort wieder. Check. Ich hab mich jetzt gerade so erschrocken, da stand diese Karre da drin. Ich dachte so, jetzt haben wir die. Weißt du? Den, meinst du, hast du den LKW gesehen? Ja, ja, ich hab den noch nie gesehen. So, nee, der stand ja schon mal. Aber halt mich anders. Streife 3, 10, 20. Was ist denn hier, glaube ich, auch mal eine Mule, oder? Streife 1, 20, Ostteil, Sendy Show. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wir behandeln das Ganze, als hätten wir gerade eine illegale Einreise. Ah, hier links ist das Auto. Wir haben das Falsche geguckt. Das gehört vielleicht, das kann's auch sein. Ja, ich mein, es kann auch jemand sein, der... Naja, Arsten. Der hier wohnt. Nee, 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 ja. Das, weiß ich nicht. Hier stehen unten am Pier 5 Dingi, schwarze Boote. Wir werden angerufen von Border Control, dass es wohl illegale Grenzübertritte geben soll. Was für ein Zufall, oder? Ja, aber lassen die das da so stehen? Ich mein, das ist ja überhaupt nicht... Vielleicht muss das schnell gehen. Vielleicht sind die Boote unverzichtbar, die haben irgendwie die Spuren da von... I don't know. Ja, man weiß nicht, ja. Rein in die Bude. Zu zweit, wenn die AKs haben und... Ja. Fünf Boote sind mindestens fünf Personen. Streife 2, Korrekturstreife 5 für die 99.com. 3, 4, 6, Korrektur, bitte antworten Sie. Streife 5, wird. Fahren Sie bitte in Grape Seat die verlassene Drogenfarm an. Kommen. Wird gemacht. Check, 99, Ende. Hier wurde früher viel Crystal gemacht. Ich weiß, ich weiß. Mir hast du ja damals ausgehoben. War schon ewig hier. Ruhig, ruhig. Kurze Information. Wir waren gerade nochmal bei diesen Booten. Wir können aber nur drei Boote zählen. Da waren aber fünf. Ich hab Schritte gehört, Alter. Echt? Hab ich jetzt Schritte gehört oder nicht? Setz mal ein Stück zurück. Du hast vor circa 20 Sekunden Nachkunft, sind noch fünf Spur hier da gekommen. Ah, sehr gut. Ich weiß nicht, welche Drogen der Ethikus nimmt, ne? Er sagte ja, er kann nur drei Boote zählen. Könnte es sein, dass es mehrere Boote gibt, im Norden vielleicht noch andere Boote. Dass es ganz viele sogar sind, vielleicht sogar acht am Ende. Konzentrieren Sie sich jetzt nicht auf die Boote, sondern suchen Sie jetzt bitte in der Rasterfahndung die Orte ab. Wir benötigen eine weitere Streife, die jetzt zu dem alten verlassenen Drogenhaus kommt. Ja, wir sind unterwegs, wir sind unterwegs. Ich hoffe, die sitzen jetzt alle da im Keller oder so. Kassen. Was macht man da? Eine Gaskranate rein, ne? Eigentlich. Ja, ist ein Fall. Hier, Streife 3. Für Sie zur Information, wir sind östlich Elmersee. Wir werden näher als die Streife 5. Kommen. Sie koordinieren das weiter. Bleiben Sie außerhalb. Streife 5 soll bitte aufschließen. Der soll jetzt nicht im Einsatz verwickelt sein. Ja, Streife 3, so verstanden. Streife 3, für Streife 1, komm. Streife 1, hier, Streife 3, komm. Raster abgefahren. Wir finden uns derzeit in Sandy Shores Medical Center. Ja, hier, Streife 3, so verstanden. Fahren Sie weiter die Küstenregion. Südseite Elmersee ab, West-Ost. Die müssen ja irgendwann auch an Land kommen, wenn sie mit dem Boot kommen. Und dann ist das unser nächster Hinweis. Also, wenn jetzt ein illegaler Grenzübertritt stattgefunden hat, und die Boote sind gelandet, dann sind die halt weg. Deswegen brauchen wir nicht bei dem Boot, obwohl die Boote, wenn sie die zurückbringen, weißt du, die werden doch wohl nicht da bleiben. Die werden die nachher, falls alles erledigt ist, noch wieder wegbringen. Ja. Da könnten wir natürlich auch eine Falle stellen. Keine Ahnung, Mann. Strafe 3, 10, 20, südlich, Grape Seed, kurze Fußstreife am Stand. Für ein Auto? Das Streifenwagen? Ja, hier sieht es aus, ja. Was ich hier erkenne, der letzte Auto kommt. Machen Sie Ihr Wagen aus. Ruhig, 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 ruhig. So, Schnauze und Folgen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht gegenseitig eins auf die rüberhauen. Wir flüstern und reden über Funk, okay? Wir teilen uns auf, es gibt zwei Eingänge. Carsten und ich gehen vorne rein, Sie gehen hin rein. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht gegenseitig umbringen. Vorsichtig. Unsere Seite ist sauber. Wir sind oben. 1,70, kommen Sie zu mir? 1,70, 1,90 gehen in den Keller. Los an das Police Department, ist ja jemand. Ich komme jetzt runter. Scheiße. Oben ist sauber. Keller sauber. Ach. Schnell raus hier. Röstliches Obergeschoss sauber. Wie verschwindelig, Mann. Bei Kronen und Geländeschein auch sauber. Wir sammeln uns wieder an den Fahrzeugen. Einsatzort sauber. Also, Haus ist sauber. Grape Seed ist sauber. Wir verlegen jetzt unsere Streife wieder nach Sandy Shores. Fahren Sie bitte auch wieder den Ort ab, wo Sie die Boote gefunden haben. Okay? Okay. Gut. Dann weiter so. Geben Sie das im Funk an. Check machen wir. Wie heißt der Ort hier? Grape Seed. Grape Seed. Grape Seed scheint sauber zu sein. Rieft kommt sie den Namen nehmen, den Wagen nehmen, er weiß. Nee, da stinkt's. Nach Angst. Hat jemand dankbar sein, dass ich deren Karre schon mal angemacht hab. Ja. Hat er gemotzt? Nein, alles gut. Einsatzleitung für die 66, komm. Wir waren jetzt bei Grape Seed, das scheint wie gesagt sauber zu sein. Wir werden jetzt noch mal zu den Booten nach Norden fahren. Jetzt die Frage. Äh, ja, 66 ist nicht so verstanden. Sie verlegen nördlich trotzdem kurzen den Booten, kommen. Ist doch hier, oder? Danke. Ja, aber wenn die Boote... Überleg ja, wo würdest du anlegen? Wo bist du? Wo verstehst du? Ja, aber wenn die Boote da liegen, an der Westküste, warum sollten sie dann an der Ostküste... Äh, Streife 3 aktuell, 1020, äh, Nordteil Alamo See am Fischersteg. Kurze Information, wir sehen, mittig des Alamo Sees aktuell ein Boot stationär. Äh, ja, die treiben wieder ab, oder so, ey. Komm mal hier zum Runter... Dürfte vom Typ her ein Dingi-Schlauchboot sein. Äh, war aber schon die Tage wahrscheinlich da. 36 Ende. Aufkommen, das ist eine Falle hier im Todesfalle, wenn wir pechern. Geh, ruhig, ruhig, ruhig. Wir müssen es sehen. Nein. Keine Bewegung, nichts. Oh. Könnten wir tatsächlich wirklich hinten am Leuchtturm sein, auch, ne? Da kann man ja auch noch reinfahren. Wirst du nicht ganz runterfahren? Ist das so gefährlich? Ja, das... Wir würden da unten Bewegung sehen. Und, äh, da wären wir direkt Matsche. Sack, Kasse. Nicht der Untergrund. Wollen wir gar nicht versuchen. Mein Gott, ey. Was ist denn nach Nebelaktion? Ja. Sag mal, ich fängs immer wieder draußen, ey. Hm. Wird die Schweine gerne mal sehen. Ja, gut, na, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Da gucke ich wahrscheinlich auch im Laufe von einer AK. Ja, am besten auf Abstand. Ja. Scheiße, wir müssen gleich tanken, das ist vorbei. Da stehen Motorräder, guck mal. Was ist das? Ja, das sind aber wirklich so... Gibt es aus wie so ein Biker-Club. Ah, da sind Leute vor uns. Bei Motorrädern. Das sind Leute. Aufpassen. Was... Uh, uh. Ach, die winken, okay. Okay, eine Frau ist dabei. Weil, erst mal gucken, ob die irgendwas in der Hand haben. Wir können ja mal fragen, ob die was beobachtet haben. Ja, ja. Werden Sie bitte langsam vor das Polizeifahrzeug. Streife 2 hier, Streife 3 kommen. Näher, näher, stopp. Streife 2 wird, komm. Ja, hier Streife 3, für Sie zur Information, bei Ankunft Streife 5 wird diese, Sie erst mal ersetzen. Sie werden dann rüber in den Bereich Sandyschloss an der Musee verlegen, komm. Check, super schön, bist du willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Kommen Sie mal bitte zu mir. Ja, bitte Meldung machen, sobald die Streife 5 eingetroffen wird, dass Sie sich rüberwägen. Dann werden Sie ja weiter eingetroffen. Streife 3, ne. Wie viele Personen sind Sie hier? Achso, wie viele? Ja. Wir sind jetzt für sechs, genau. Sechs, okay. Haben Sie irgendwas gesehen? Wo sollen wir genau jetzt mit Streife 5? Hier in der Gegend? Nein. Nein. Sie wohnen hier, ja? Äh, Streife 5, Sie fahren jetzt nördlich von Pforzang Kudos zu dem Bootsteg, dort werden Sie dann die Streife 2 ablösen, komm. Sobald dann. Irgendwelche Bewegung auf Meerküstennähe, Boote oder so, vielleicht? Nein. Nichts gesehen. Gut, wir sind hier wegen Ihnen hier, also alles gut. Wir wussten aber nicht, weil Sie sind, deswegen mussten wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, Jörg, wir haben einen guten Job. Ja, Streife 3, dann wünschen wir noch einen schönen Abend, ja? Streife 3, dann geht auch gut, dann fängst du die Aussicht weiter. Wir sind was derzeit am äußersten östlichen Ende, Sandy Short, komm. Ja, verstanden, dann fahren Sie weiter Richtung Westen und prüfen Sie weiterhin die Küstenregion ab. Sie können auch gerne mal einen Fußmarsch machen, um mal die Küste abzuchecken. Was anderes machen wir aktuell an der Nordseite auch nicht. Wir haben auch gerade ausgemacht, ich konnte die Leute gar nicht spielen. Ich habe keinen verstanden, Ende. Am besten ist, wenn sie durchsuchen, dass sie nichts sehen. Dann kann die ausschlippen. Oh, wir brauchen echt einen Helikopter. Das wäre nice. Da hat mich viele Bewerber, die Heli fliegen. Oh, Handy, erschreckt mich noch. Carsten? Eil dich, mach das kurz. Wenn jetzt einer auf uns ballert, dann hängst du auf die Telefon. Nee, wir sind gerade im Einsatz. Hier ist Ende. Ja, geht nicht. Alles klar. Offensiv interessant oder geht es um mich? Führungsebene. Alles klar, weil es geschält. Gut, wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Und jetzt Zeit haben wir Petersen, hat ein Thema für uns. Würde gerne besprechen. Okay. Wenn wir dann eben Zeit haben. Scheiße, wenn wir Pech haben, legen wir gleich hier. Und das Sprit ist richtig am Arsch. Wir müssen jetzt sofort zum Heide, zum Baumarkt. Ich weiß, ich versuch's. Ein Balken haben wir noch. Nee, warte mal. Oder ist Baumarkt näher? Ja, Baumarkt. Baumarkt. Ein Balken noch. Sonst verbringen wir die Nacht hier zusammen. Bitte nicht, dann rufen wir mal lieber mal ein ACLS. Das geht nicht. Oh, war schnell. Hab die Augen auf, mein Freund. Ja. Ich halte schon mal vor allen Dingen nach Bushaltestellen auf. Schau mal, Kumpel. Also. Ja. Schön im Einsatz mit dem Bus. Ei, ei, ei. Nee, komm, das schaffen wir. Nur noch schieben wir das da hin. Scheiße, wo ist die Scheiße? Hast du das mal im Navi angegeben? Warte, 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 warte. Äh. Oh. Scheiße, gab's hier ein Grabseat, nicht sogar eine Tönke? Oh. Ja, die gibt's irgendwo hier, ne? Fuck. Aber ich glaub, kommt nicht hier rechts noch ein? Ich hoffe. Du fährst jetzt hier rechts. Du fährst jetzt hier rechts. Nein. Lass doch weiterfahren. Jetzt müssen wir gucken. Äh. Ist hier nicht eine Ganzstelle irgendwo? Da ist nichts, Mann. Hier, die nächste rechts. Gleich rechts. Oh, der Funk, ich versteh nix mehr. Leitstelle hier ist 96, 40, komm. Ja, der Mord ist immer sehr schlecht. Fahr die nächste hier rechts, hier rechts. Okay, okay. Abkürzung, fahr über, übersand. Hier, nächste. Scheiße. Äh, hier 36. Wir fangen ganz kurz weiter fort, äh, bis die 99 oder die 73 oder was anderes meldet. Ja. So verstanden, Leitstimme endet. Tanken. Oh, muss man schön auftanken. 60 Dollar, die Scheiße. Per Liter? Äh, nee. Nein, ey. Nein, die Kollegen. Hat jemand noch die Boote im Blick? Kommen. Check. Streife 2. Status? Unverändert, komm. Check. Bleiben Sie noch etwas dort. Wir ziehen Sie sonst gleich ab, komm. Check. Scheiße, ey. Das war knapp. Och. Tankanzager hat gerade gesprungen. War immer noch unten. Aber ich muss mal gegenhauen. Ja, alte Karren sind das. Dann muss man das machen. 99, hier 36, komm. 99, hört, komm. Ja, hier 36. Äh, wie gesagt, aktuell Rasterfahrung immer noch im Gange. Äh, rund um den Elmo-See. Keine weitere Bewegung, keine Boote, die angelegt haben. Keine Personen rund um den See. Äh, Frage, nach was sollen wir da weiterer Ausschau halten? Noch, komm. Dieser, ähm, Zustand wird noch weitere 5 bis 10 Minuten durchgeführt. Ansonsten lösen wir das Aufkommen. 5 bis 10 Minuten weiter die Küstenregion. So verstanden. Streife 3 Ende. Wir sollten noch in Alarmbereitschaft sein. 5 bis 10 Minuten noch, dann lösen wir das hier auf. Ich interessiere mich sehr für die Boote. Also das ist eigentlich ein guter Punkt. Dass wir die auch nicht irgendwie rausziehen können, nix, ne? Die sind jetzt einfach da. Ja. Wir haben auch keine Polizeibote gerade, das ist schlecht. Ja. Ja. Wer ist das? Also wenn ich jetzt, wo würde man die hinbringen? Ich würde die, also wenn die da unten angedicht haben, ich würde die über die Straße oben bringen und direkt in den Sandweg. Dann ist jeder auf sich, äh, ne? Ja, wirklich. Los, noch die Geräte zu brauchen. Wir brauchen jetzt. Das kannst du schon. Kollegen sind ja unterwegs. Hast du eine Kippe? Ich würde eine, ja. Willst du eine haben? Ja, bitte. Scheiße, ich hab dir beide gegeben. Scheiße, ne? Kannst du eine mir zurückgeben? Selbstverständlich. Du bist ein Wichser. Ja, kriegst du gleich. Lass mich erst mal aufrauchen. Menthol, gut. Weißt du noch damals, als ich die erste Zigarette rauchte? Ja, wie lange ist das her? Hast du mich gut zu brauchen gemacht? Ja, 10, 15 Jahre? Hm. Da warst du noch jung und knackig, ne? Ja, jetzt bin ich alt und knackig. Übrigens war das mit dem Sprit gerade spannender als der Rest, Mann. Aber es war echt knapp. Es war echt knapp. Die Scheiße ist, ich bin leider nur Assistant. Ich muss dann schieben, ne? Und ich sitz drin. Ja, du lenkst, genau. Und ziehst du nicht mehr die Bremse, weil du ein Sadist bist. Was ist das? Immer so ein bisschen Handbremse und so, voll am Freuen. Der kennt mich ja noch richtig gut. Geh jetzt mal eine Zigarette, oder? Ja, kriegst du sofort. Warte, warte hier. Hier fährt jemand mit dem Roller rum? Arsch der Welt. Ja, auch hier essen die Leute. Ja, hier wohnt halt jemand, der einen Roller besitzt. So, das wollte ich sagen. Aber von hier aus, darf man mit dem Roller über die Autobahn fahren? Ja. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Die fahren ja auch so schnell wie Sportwagen. Mit Kass. Komm ich gar nicht, auf das LSBD-Konto zu gucken, bei den Ausgaben, die wir aktuell haben. Ja, ich hab noch 480 Dollar für dich, ne? Für den Führerschein. Wir können ja gleich mal beim ATM halten. Ja, dann gebe ich dir das, dass ich das los bin. Ah. Ja. Es geht runter. Weh ein junger Gott. Ach. Direkt damit. Raustreten. Ach, komm. Auto weiter. Nein. Der Auto wird nicht geraucht. Ja, fahren wir die Schlaufe dahinten noch ab? Ja. Ich dachte gerade, da steht jemand, Alter. Wo? Da. Der Hydrant. Ist ein sehr kleiner gelber Mensch. Ja, die sind im Norden so. Ja, Mann. Das würde mich aber nicht mal wundern. Left or right? Links or rechts? Das war Englisch. Ja, Mann. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass du so gut sprachbegabt bist. JJ. Ja, das ist nicht ein Problem für mich. Dankeschön. Das ist ein CEO. Das ist so. Mhm. Mhm. So. Was ist? Veroberhanden, den Rollerfahrer mal. Marci, Dankeschön für den Monat. Du kannst dir nur den Roller. Wo ist der hin? Bringt der... Hä? Der hat ja gerade irgendwo die Pizza hin. Du mit deinen Klischees, dass wenn jeder Rollerfahrende Pizza dabei hat. Also der sah für mich aus wie so ein Pizzalieferant. Okay. Okay. Woran hast du das denn jetzt erkannt? Äh, an die Box, die hinten auf dem Roller drauf war. Okay. Ach, da stand Pizza drauf. Und dann ist was anderes. Ja, Joe's Pizzeria. Ah, Joe's Pizzeria. Hast du ein Problem damit? Nee, gar nicht. Dann ist das ja gut. Dann hast du das gut erkannt. Fahr doch mal näher ran. Ich will mir die Box mal ansehen. Die hat er ja logischerweise jetzt mitgenommen, weil da die Pizzen ja drin sind. Ja gut, dann warten wir kurz bis... Ja, gut. Dann warten wir, bis der zurückkommt. Ja, vielleicht ist die Box jetzt leer und hat die weggeschmissen. Ja, der gibt sie gratis dazu für den Kunden, ne? Ja. Ja, das macht natürlich Sinn. Dann kannst du den Boxhandel aufmachen, wenn der viel Pizza isst. Ja, nicht dumm. Meinst du, jetzt würde sich jemand eine Pizzabox kaufen? Wo der Geruch von einer schönen Thumpfisch-Pizza drin ist? Hm? Ich würde es nicht schlecht finden. Nee, super. Machst du mal auf und dann riecht deine ganze Wohnung nach Pizza. Aber man muss ja wieder ganz schnell zumachen, sonst geht der ganze Geruch raus. Oder? Naja, da musst du fix sein. Wer muss ficken? Fick, äh, fix. Fick und fertig. Da musst du schnell sein. Fick und fertig sind doch die Flatrate-Wochen im Unicorn immer. Ja. Jetzt hätte ich gerne gesehen, aber die Pizzabox dabei hat, ne? Ja. Aber da steht halt ein Roller, also hier ist ja bald keiner. Was soll das denn? Weißt du eigentlich, was mit der Frau Morellis? Nee, wieso soll das noch mit der Wein? Nein, nicht mehr gesehen, die Alte. Ja, wir haben uns getrennt. Jetzt kommt hinter uns ein Motorrad. Wir haben uns getrennt. Ja. Und zack. Ist das ein Pizzaleferant? Ja, der zu schnell fährt. Der gehört dir, komm. Ja, der hat keine Box drauf, dann wird das ja kein Pizzaleferant sein, oder? Noch deine Theorie, ich frag mal, was die machen. Das an das Police Department. Bitte treten Sie vor Ihr Fahrzeug und machen Sie den Motor aus vorher. Vor Ihr Fahrzeug treten. Das gibt ja dem Kick, du musst jetzt echt aufpassen. Einsatzleitung für Leitstelle... Bleiben Sie dort stehen. Leitstelle hier, PD 96, komm. Es wurde ein Notruf gemeldet am Pier, eine Massenschlägerei. Eventuell nötig eine Streife abzusetzen, komm. Welcher Pier? Moment. Welcher Pier? Wunderschönen guten Tag. Namen darfst du das? Streife 2 wird gerade abgerübt, wenn dann eine Streife bei den Booten kommt. Markus Schumacher, was machen Sie? Also, ich bin nur neugierig. Ja, hier PD 36, so verstanden. Dann warten Sie ganz kurz auf Freigabe durch die PD 99, funkt die kurz an und dann könnte die Streife 2 das direkt anfahren, komm. Freigabe erteilt. Verstanden, Streife 2, dann fahren Sie den Einsatz an. Danke für Ihre Arbeit, komm. Info an die Streife 2, laut MD handelt es sich um 5 bis 6 Personen. Bitte Vorsicht. Fahrzeug dürfen Sie das sogar? Okay, es liegt nicht wie Sie vor, haben Sie den Namen noch her, Sir? Äh, 10, 40. Das freut uns auch, Sir, das ist doch klar. Also, dann schönen Abend noch und... Ja, wie hat das den Besitzer gesagt? Und letzten Endes ist er sich um Kümmern, der steht ja gut am Rand. Steigen Sie ein? Äh, Sie können scannen, Nathan, so ist kein Problem. Ja, warte. Leitstelle für die Streife 2, MD hat gerade noch mal angerufen, scheint wirklich ein dringender Notfall zu sein. Also, wo, Massenschlägerei am Pier? What ist das? Check, 10, 40, äh, laut Kollege, wir sind noch am Arsch der Welt. Komm. Was? Ähm... Leitstelle so verstanden, Ende. Weißt du, an welchem Pier das ist? Leitstelle für die 99, komm. Leitstelle hört, komm. Welcher Standort ist die Massenschlägerei genau? Komm. Äh, Delpero Pier, komm. So verstanden, Streife 4 begibt sich dorthin. An alle anderen Kollegen, wir beenden den Einsatz. Zwei Streifen bleiben dennoch im Norden und, äh, werden weiterhin einen Kreis rund um den Allemosee fahren. Komm, Einsatzleitung, bitte teilen Sie ein. Hab markiert, hab eingeführt. 690 verstanden, zwei Streifen weiterhin am Allemosee. Die Streife 3 bleibt vor Ort und die, ja, wird gleich nochmal disponiert. Streife 1, die bleibt auch bitte noch am Allemosee vor Ort. Massenschlägerei. Das ist mal was Feines, wir können den Tasern, das ist gut. Massenschlägerei. Hast du die Kipplaster da gerade gesehen? Ja, ja. Wenn wir die mal kulturieren, müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht überrollen. Ja. Es sprießen langsamen Unternehmen aus dem Boden wieder, ne? Die Wirtschaft wird wieder angekurbelt. Gute auch Zeit. Das war ja auch eine Riesenkampagne, dass sie hier mal investieren in Los Santos. Die haben doch wirklich gute Vergünstigungen bekommen, die Unternehmen. Das hätten wir gar nicht anlocken können. Da muss ich sagen, hat die, haben die gute Arbeit geleistet, die Stadt. Ja. Der Senat auch. Richtig gut. So, du gehst ein guter Autofahrer. Du bist sehr guter Autofahrer. Streife 1 bis 10, 20 südlich Allemosee auf den Weg in Richtung östlichen Teil Allemosee. Was ist, mein Freund? Ein bisschen Kacke hast du gerade in der Hose gehabt bei der Kurve. Okay, ach, ich bin Beifahrer seit so vielen Jahren, Walter. Du fühlst dich immer sicher an meiner Seite? Immer sicher. Okay. Außer, wenn du mir Versicherheitsfähigstipps gibst, hab ich mal Angst. Vielleicht immer erzählen, wie man driftet. Nee. Warum? Ja, ich hab, da hab ich doch nichts. Der Drifte mal. Ey. Gesehen? Ja, super. Wenn man hätte die Kurve auch ohne Drift fahren können, wäre schnell. Schön. Ich fühl mich wie ein Rekrut. Kannst du dir auch fühlen, ne? Immer schon unten. Ja. Ich wollte mal Drehbuchautor werden, übrigens. Eigentlich Schnaufe. Aber als ich mit dem Business einsteigen, dass Santos hier in der Traumfabrik, in Meinwood, ja, ich wollte so für so Trash-TV-Serien, so. Hier, Fame or Shame, kennst du das? Ja, ja, sicher. Wer kennt das nicht? Streife 2, 10, 20, 4. Check. Wir sollen mal durchfucken, wie der Status da ist, ob da wirklich so viele Leute sind. Jede 73, äh, aktueller Status am 4 kommen. Streife 2, Standby, so 100 Personen gerade. Trash dann in Brandsitzien. Wo soll der ein riesen... Wo fahr ich denn hin? Ja, erstmal im Gegenverkehr. Hier, wo Piers Bosnian wohnt. Ja, ich hab nur die Richtung eingegeben, tatsächlich. Ich bin hier. Auf jetzt. Den trifft gesehen? Ja. Wow. Der hat mich umgehauen, tatsächlich. Richtig gut. Da unten links sind ganz viele Krankenwagen. Oh, jo. Da müssen wir hier irgendwie... Ja, kommen wir von hier überhaupt nicht hin, oder? Da passiert. Wir sollen das selber finden. Die Streife hinter der 73 rechts gucken, dort sind Krankenwagen, RTW. Ja, wir haben dich schon gesehen, da mit deinen erhobenen Armen. Lass ihn doch. Er braucht Hilfe. Wir müssen noch weiter runter, ich werde bekloppt. Ja, lass ihn doch stehen. Der hat mein Medic, der wird halt nicht mehr. Nicht so rechts. Nur wieder einer mit dem Roller. Ich hab dich schon gesehen mit deinem bescheuerten Arm. Wunderschönen guten Tag. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Ich möchte... Mir geht's nicht so gut. Ich hab, glaub ich, meine Rippe gebrochen. Oh Gott, was ist passiert? Ich würde gerne eine Aussage machen. Ja. Sehen Sie den braunen Wagen da auf der Straßenseite? Ja. Damit wurde eine Person angefahren. Okay. Er lag auf der Straße, wir wollten helfen. Ja. Und dann hab ich nur noch gesehen, wie der Fahrrad mit dem grauen Hoodie und der schwarzen... Sie haben die Täter gesehen. Frage, was ist jetzt denn? Äh, der Kollege... Warten Sie mal, warten Sie mal, bevor Sie das erzählen. Ich hab's auch gesehen, aber ich kann jetzt keine... Okay, okay. Also einer weiß nicht, ob die Werte man hier... Blaue Haare... Und braunes Sakko. Eine kurze Info für... Zeuge da drüben, erzählt, dass jemand hier angefahren wurde... ...ein Täter wurde wie folgt beschrieben... Und warten Sie kurz... ...schwarzes, gelocktes Haar... ...graues Shirt... ...Cartou am linken Arm... Okay. ...sieht aus wie Feuer. Der Streifenwagen, der Emperor ist wohl verwickelt. Gehen Sie mal am besten zu dem Mann mit dem roten Oberteil. Ja? Ja, wir wissen ungefähr, wer die Täter schon sind. Okay, und wer? Wir haben eine gute Beschreibung schon. Herr Ganong, sowie ein anderer Herr mit blauen Haaren. Herr Ganong, wo ist der Ganong? Herr Ganong, Sie können die Täter beschreiben. Ja, habe ich gehört. Ich kann einen Täter davon beschreiben... ...und der Herr, der zusammengeschlagen wurde, auf einen anderen. Ja, dann hätte man schon... Können Sie mal ein bisschen weiter auseinander gehen? Sie stehen hier, als ob Sie gleich ein Porno drehen wollen. Mein Gott. Augenkontakt, ey. So. Also. Wie sah der Täter denn aus? Der Täter hatte blaue, zurückgekämpfte Haare. Ja. Hatte eine braune Handzugsacke an. Okay, ist die Person hier? Der Täter ist geflohen. Die sind über die Straße hinten geflohen. Zu viert. Okay. Wir wissen nur ungefähr, wer es ist. Wir haben die Person heute schon mal getroffen. Gut, können Sie das hier übernehmen, Herr Steiger? Jawohl, wird gemacht. Vielen Dank. Herr Kassen, wir bewegen uns wieder fort. Dankeschön, ja? Kein Problem. Funken Sie die Beschreibung der Täter noch durch? Alle sollen die Augen offen halten und gegebenenfalls... Gegenüberstellung dann veranlassen, wenn der Herr schon Aussagen kann da hinten. Ja, ich nehme jetzt gerade von allen nochmal die Personenbeschreibung kurz auf und funks dann durch. Genau, wir halten alle dann die Augen offen. Sehr gut. Jawohl. Dankeschön. Danke. Die Kollegen nehmen ihre Aussage gleich auf, ja? Gehen Sie schon mal darüber, bitte, ja? Okay, ich habe Angst mit dem schwarzen Hoodie. Ja, geben Sie das den Kollegen durch. Wir geben gleich eine Beschreibung an alle Kollegen durch und wir halten alle die Augen auf. Wir kennen sogar die Täter vermutlich schon bekannt. Der Täter steht da vorne. Welcher? Der mit dem grauen Pulli und der schwarzen Mütze. Das ist einer der Täter. Das ist einer der Täter. Ich wollte ja gerade meine Aussage machen. Ich traue mich jetzt nicht da hinzugehen, weil der dann mein Gesicht bei ist und mich dann wahrscheinlich umbringen will. Der hatte gerade schon gedroht, uns alle abzuschießen. Welchen, 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 ich rufe Steiger so. Warten Sie mal. Steiger, Sie sind da, sitzig, komm. Ich wollte nur Pizza rauskommen und dann habe ich das gesehen. Der Herr am Bordstein mit dem grauen Hoodie, der offenbar auch verletzt ist, ist einer der Täter. Der Zeuge bei mir hat jetzt Angst, zu ihm zu kommen. Äh, ich würde sagen, Sie nehmen den fest. Komm. So verstanden wird gleich gemacht. Der daneben steht, die gehören zusammen. Also die sind alle drei... Haben alle mitgeprügelt? Ja, die sind alle aus dem braunen Fahrzeug da ausgestiegen. Ich wollte ja meine Aussage gerade machen. 72 mit einer weiteren Info. Die zweite Person auf dem Bürgersteig gehört ebenfalls zu den Tätern, die aus dem braunen Fahrzeug gestiegen sind. 72 Ende. Ja, müssen wir mitmachen, ne? Ja. Darf ich Ihnen eben meine Zeugenaussage schildern, weil das fing alles ganz woanders an. Das war nicht direkt... Das müssen Sie gleich bei dem Kollegen machen, der nimmt Ihre Aussage auf, der 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 Aktenführer ist. Genau. Okay, okay. Damit alles auch zusammenkommt. Wenn fünf Kollegen eine Aussage haben, das muss ja alles passen. Ui, ei, ei. Aber wollen Sie lieber gleich ins Krankenhaus mitfahren? Ich fahr gleich mit ins Krankenhaus, weil ich hab wahrscheinlich meine Rippe gebrochen. Ah, das tut weh. Haben die richtig in ihn reingetreten, oder was? Ja, die haben mich... Ich hab nur einen Schlag auf den Hinterkopf gemerkt und bin dann ungewöhnlich... 73 für die 92 kommen. Dann hab ich noch ein... Third kommen. Dann hab ich noch ein Tritt abbekommen. Bisher sind die Aussagen hier das genaue Gegenteil. Die Zeugen hier haben wohl ausgesagt, dass die Täter sie angegriffen haben und jetzt geflüchtet sind. Komm. So, verstanden. Dann haben wir zunächst Aussage gegen Aussage, dann müssen wir einfach alle Aussagen aufnehmen. Kommen. Ja, komm. Jawohl, so in Arbeit. Komm. 92 Ende. Eine Frage haben wir eine Streife in der Nähe des Peers, der Pero Peers. Kommen. Anstatt nicht. Ne, wohl nicht. Wir sind in der Nähe. Ah, geil. Fahren Sie bitte den Peer unterhalb an. Sie werden die ganzen Blaulichter dort sehen. Kommen. Check. Wir sind jetzt schief und jetzt ist es schief. Da sollen die sich drum kümmern, Aussagen aufregender machen. Ja, ich finde das okay. Ja, finde ich völlig okay. Wir haben genug Scheiße gefressen. Was zum anderen machen. Was ist das jetzt? Äh. Ich bin gespannt, ob da jemand blaue Haare hat. Da warten Sie mal. Wir sehen jetzt den Polizeieinsatz. Wo möchten Sie hin? Wir möchten mit Alarm. Warum? Ach, Sie haben angerufen, okay. Nein, 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 nein. Ach so. Wir wollten jetzt gucken, ob alles in Ordnung mit denen ist. Ja, warten Sie bitte bei Ihrem Fahrzeug, ja? Ah, okay. Alter. Ja. Ja, leucht mir einfach rein. Was soll denn das? Wurden Sie schon erst versorgt von den Medizinern? Ja, ich wurde schon versorgt. Ich saß auch schon im Krankenwagen nur und dann habe ich gesehen, dass Sie hier ankommen und dann wollte ich eben eine Aussage machen. Ja. Okay. Ich wäre Ihnen aber dankbar, wenn Sie mich nicht mehr so lange warten lassen müssen, weil diese Schmerzen... Ja, die Kollegen kommen und sind auf dem Weg. Immer mit der Ruhe, das alles wird gut. Danke, danke. 355, Streife A4 kommen. 355 wird. Status. Sie sind in ungefähr einer Minute da. Das ist hier immer so gefährlich in Los Santos. Es kommt drauf an, also wo Sie sich bewegen und wie, wie kam das zu dem Streit? Das fing ja folgendermaßen an, da. Dieses braune Fahrzeug, was da auf der anderen Straßenseite steht. Wir waren erst hier, wenn man jetzt die Straße lang... Leitstelle, hört, kommen. Eine Person, ja. Abfrage, komm. Okay. Wir sind ausgestiegen und haben in das Opfer auf der Straße reingetreten. Okay. Darauf bin ich da hingerannt. Ich habe gesagt, ey, hört bitte auch auf. Leitstelle, hört, kommen. Was macht jeder? Und dann ging alles so schnell. Dann hat sich das hierhin auf die Straße verlegt. Okay, stopp. Also, die Kollegen hier werden jetzt ihre Aussage aufnehmen. Wichtig ist, trennen Sie bitte den Herrn unbedingt von den Personen da drüben, ja? Ja, danke, Mann, Sir. Okay, dann einmal bitte aufnehmen, weil wir müssen weiter. Danke, Philippa. Danke, danke, schön. Leitstelle, Stand by. Gute Besserung. Ja, der mit ohne Haare. McDavid, PD80. Einmal hier ein paar Sachen aus, Herr Selle. Herr Oelmes war aufgrund von Nichtbesitz-Führerschein in der Zelle. Aktuell liegt allerdings nichts vor. Kommen. Ja, Break durch die 88. Startverdichtiger Oelmes wurde heute von uns kontrolliert, hatte weiterhin keinen Führerschein. Dann hat sich der polizeiliche Maßnahmen entzündet. Ja, wunderbar. Dann haben wir den doch sogar. Oder habe ich das... Das ist jetzt der, den wir da vor Ort haben? Mhm, ich meine, das habe ich so verstanden. Ja. Zumindest gehört ihm wahrscheinlich das Auto, wenn ich das nicht verstanden habe. Ja. Bedeutet, die könnten aber auch die Flüchtenden sein. Oh, ist das schön, diese Position zu haben, den Leuten die Aufträge zu geben, ne? Ja, das ist auch genau richtig, ehrlich. Leitstelle für die 88, kommen. Leitstelle hört, kommen. Haben Sie das so mit? Der tatverdächtige Oelmes wurde heute von uns kontrolliert und ist seitdem flüchtig, kommt. Sind die noch im Norden? Der Funk ist echt schlecht. Ich finde hier keinen Vermerk zu, kommen. Ja, das ist so korrekt. Hängt damit zusammen, dass wir bei der Kontrolle abgezogen worden sind, er trotzdem aber vorab ist das so mit Lohnen. Ja, da sollten wir schon die Akte einstellen. Leitstelle Ende. Ja. Leitstelle für 73, kommen. Leitstelle hört, kommen. Fragen Sie das dann bitte in die Personenakte nach, kommen? Ist erledigt, kommen. Das habe ich mir schon gedacht, waren Sie zur Sicherheit. Somit ran sitzt die Ende. Gute Arbeit machen. Ja, ich komme mal ganz kurz wegen unserem Kontostand. Ich auch. Ja, genau, da komme ich bitte. Ich möchte bitte ihr das Geld geben. Ja. Was ist denn da los? Wir chillen, junge Leute. Da lag wohl jemand auf dem Boden, da lag jemand. Ja, die hockten da rum, vielleicht würfeln die oder so. Nicht immer noch der scheiß Roller. Im Norden, der Roller wurde schon heute Mittag gemeldet, den wir eben so lange beobachten. Das ist doof, er ist dumm. Ich bin mal gespannt, was wir haben. Das wird sogar nicht, oh mein Gott. Unter 100.000. Ich sag dir, die Personalkosten fressen das auf. Das schaffst du nicht mit Tickets. Ja. Wenn die Leute auch nichts falsch machen, dann kannst du auch nicht passieren. Ja. So, ist überwiesen. 99, hier, 36, komm. 99, komm. Ja, ja, 36, wie sieht's die Info? Wir haben den Bereich zwischen der Erstdichtung der Boote in der Westküste bis hin zum Erdermusee nochmal alles abgeprüft. Frage, können wir ja dann auch abziehen, komm. So, in Ordnung. Ziehen Sie bitte ab. Kommen Sie Richtung Stadt wieder zurückkommen. Ja, 36, verstanden. Das ist der Plan. Wir machen uns auf den Weg Richtung Stadt. Sei klar, sehr ne? Der Funk aber, ne? Leitstelle für die 92, komm. Ja. Leitstelle hört, kommen. Eine Personenabfrage. Ivo Vukovic, komm. Leitstelle stand bei. Hey, da muss ich mich aber drum kümmern, dass wir eine neue staatliche Förderung kriegen. Ja, das funktioniert so nicht. Ey, stell dir mal vor, wir hatten nicht so viel Führerschein, da wäre ja gar nichts. Ja. Gut, jetzt wurden ja 4.500 Dollar aufs Konto gespielt, ne? Das ist ja schon mal wieder Schwung. Ivo Lea Vukovic, komm. Die Leitstelle stand bei. Ich hab's noch gesagt, da ist ja. Ich hab's gesagt, das ist Würfelpark und die Würfeln, da haben die haben eben so hingekniet. Ich hab's noch gesagt, das ist Würfelpark und die Würfeln, da haben die haben eben so hingekniet. Ich hab's noch gesagt, das ist wirklich große Würfel, der in der Mitte steht, ne? Na, große Würfel. Einige Würfel. Komm, aus Nostalgiegründen machen wir was. Mission Road, Mann? Ja. Mission, Hoff. Was? Steht denn da für ein Auto auf dem Bürgersteig? Nicht sein Ernst. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Hau mal den ACLS an. Erzählt er natürlich. So, gib Gas, Mann. Es ist alles, es bleibt alles, wie es war. Es ändert sich nicht. So. Ich ruf mal an. Der hat Hydrant sogar mitgenommen. Meine Fresse, was ne Karre. Ja, geht keiner ran. Wir brauchen einen Trink. Da geht keiner ran. Hä? Schade. Schade, schade, schade. Ähm. Brühl mal das Kennzeichen. Nein. Guck mal nach. Ja. Kein Treffer. Kein Treffer? Kein Treffer. Ist somit in keine Akte verzeichnet. Okay. Es hat mir jetzt echt gefallen hier. So ein Scheißkerl denkt, der kann ja parken, wo er reich ist. Boah, ist aber ein krasses Auto, ne? Oder? Ich weiß, aber dir hat das keiner gesehen. Alter, du bist Chief. Und? Officer. Wenn aber einer denkt, der kann hier in meiner Stadt parken, wie der denkt, mit seiner Scheiß Schrottkiste. Ja, da ist sogar das Seitenfenster kaputt. Ja, eben. Da wurde eingebrochen. Ja. Guckst du dir an, Mann. Wir haben ja mal geparkt früher. Ja. Da sind auch andere wegjagen, die geparkt haben. So standen wir hier, genau so. Ja. Drüben ist die Einbahnstraße, wo alle durchfuhren. Dann bist du jetzt, bist du, hast du dich ans neue PD gewöhnt? Ja. Ich finde das, wenn man reinkommt, so, ne? Zum Dienst erscheint echt cool, wenn die Leute da so sind und so. Ist was los. Das gefällt mir sehr gut. Wo, im hier oder im neuen PD? Im neuen. Ja. Bin hier auch. Das hat was, so, diese Halle, das hat irgendwie echt was, weiß ich nicht, das gefällt mir super. Und es ist halt gut besucht, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, es kommen viele Leute vorbei, die im Führerschaft brauchen. Genau. Da muss immer was los sein in dem PD. Das habe ich immer gemocht. Hm. Und jetzt schimmelt es da drin. Ja, vielleicht kriegen sie es doch nochmal hin. Ja. So, machen wir nochmal einen Abstech in Richtung Süden? Ja, wir können. Freie Scheiße, mach. Ja. 11, 10, 20 PD. Aber wir sind alleine dann, ne? Das ist natürlich anders, als du es gesagt hast. Ja, muss ja gerne wissen. 11, 10, 30. Ja, du bist ja Chef. Mach was willst auch. Telefon. Ach, der Staatsanwalt wollte ja was, ne? Oh, sag Sonntag, sag Sonntag. Carsten. Ja. 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 Mit mir oder mit Herrn Weiß? Oder ausdrücklich mit mir? Okay. Ähm. Oh, ein Rückruf. Ja, ähm. 3, 10, 20, 10, 40, Palito Bay. Äh, dann ziehe ich die raus. Schief haben Sie die Nummer von Haley Casey von Wiesel News? Ja. Gut. Alles klar, danke, Frau Collins. Ja, ich danke. Tschüss. Die war ein PD, die wollte... Streifen zwei wieder ums geht. Die wollte, dass ich zurückrufe. Die hat Herr Carsten gesagt. Es geht um eine Anzeige. Soll ich die Nummer geben? Ja. Stell dir wieder mit dem Fahrrad. Ich stehe ein Roller, ich kotze bald. Äh, ja, gib mir mal die Nummer, bitte. Hab die Nummer gar nicht. Ja, dann fahr eben, sollen wir eben hinfahren? Wiesel News? Ist doch um Ecke, ja. Da sind wir in 60 Sekunden. Okay, dann zähl mal. Eins. Drei. Ja, falsch rum. Drei. Ich fahre mal in den Stadtpark. Ja, okay. Dann sind wir eben in 200 Sekunden da. Ist mir egal. Sonntag kommen ja die ganzen Bewerber, ne? Ja, das hier nochmal ein Spaß. Morell für töten können. Aber so lange bin ich heute nicht mehr wach. Ne, also ist es gleich eins. Das ist eine gute Zeit. So langsam. Sonntag, glaube ich, richtig stressig. Aber Sonntag bin ich auch lange da. Ja, 13 Uhr schon im Dienst. 13 Uhr, okay. Bisschen. Machst du so richtig mal wieder lange Schicht so? Na, ich brauch Geld. Möchte bald umziehen. Wo willst du hin? Ich hab irgendwie gedacht, da wo es teuer ist. Witz ein Haus oder willst du was teures Miet? Ein Haus wäre schön, ja. Ein Haus mieten wäre gut. Ach, hier ist es ja schon. Das wird mir auch gefallen. Wenn du das Haus mieten, nicht mal kaufen, einfach auf Miet... Weißt du, wie Miet wohnen, kennst du das? Ja, ja. Miet wohnen? Ja. Ja, mal ohne Nachbarn die Lärm machen. Also abhaften gut und chillen, aber das ist schon irgendwie nervig. Leute, Musik, bumm, bumm, bumm. Ja. Chat, wer ist denn von euch am Sonntag beim 12-Stunden-Stream dabei? Chat, Arm hoch. Ab 13 Uhr. Wurde gerade geschossen? Nee, ich glaub, das war ein Ausbruch von dem Bike, oder? Hallo, ist hier jemand? LSPD, hallo. Das ist halt nicht der Fall zu sein. Danke, kleines Fienchen. Keiner da? Willst du mal vielleicht eine Notiz da lassen oder so? Ach, dann ruf mal einen Bonk zurück. Also, wie soll ich melden nochmal? Aber was für eine... Wir haben noch gar keine Anzeige erstattet, ne? Ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ja, irgendwie um eine Anzeige. Wollt ihr den Verlagschef... Also sollen wir den dann festnehmen am Sonntag? Oder am Samstag? Also heute oder morgen? Oder erst in einer Woche? Weil die Frau das gesagt hat, dann sagt er, nein. Wir haben nur Aussage gegen Aussage tatsächlich. Ja, da kann man nichts machen, ne? Nee, eigentlich nicht. Hat ein gewiefter Wichser. Ja, da... Ist ein Schlitzohr. So. Tatütata, meine Mutter ist da. Weißt du, woher der Schlitzohr kommt? Ich weiß das ja. Nee, sag mal. Wollt ihr euch sagen? Erzähl mal, jetzt bin ich gespannt. Für die Handwerke, die es auf Wanderschaft waren... Ja. In Europa, die hatten so große Ohrringe immer. Kennst du die? Und so ein Wanderstab. Ja. Und wenn die was geklaut haben oder so, wurden die aus der Zunft entlassen und man hat die den Ohrring vom Ohr abgerissen, dann hat die so ein Schlitzohr. Aua. Ja, daran hat man die aber erkannt, dass das Diebe sind. Ja, richtig Schlitzohr. Aua. Strafe muss sein. Ich würde auch manchmal gerne hier ein Ohr abschneiden, so. Greifen können, Teddy. Kommen wir her. Haftstrafe ist von Biss und Ohr ab. Hallo. Ja, aber Männer. Ja, war wohl nichts, ne? Ja, wir dachten kurzfristig, der Steiger wäre sogar noch verloren gegangen. Ja, aber ja, auch gedacht. Weil er sich nicht gemeldet hat. Dann dachte ich, oh mein Gott. Allein dafür muss man den eigentlich in den Arsch treten. Ja, das war schon. Wir kommen da an, am Angler schickt. Oh, da sitzt er ja. Hallo. Trittst du uns doch an. Und dann war aber auch der Funk natürlich immer so problematisch. Da hat man es nicht mehr mitbekommen, wenn er sich dann, ne? Das war, kannst du ja keinen Wunsch vertreten. Wo ist denn der Zerkassen? Ja, der war doch gerade noch unten. Die 73? Mit Herrn Mosquera eben noch ein Fahrzeug abholen. Ich bin in zwei Minuten zurückgekommen. Check. Oh, okay. Kamera weg. Tim, 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 Tim. Oh, jo. Guten Tag. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend. Ach, Skinner. Du machst Feierabend? Ich streck mich erst mal. Oh, ich finde, für die, ich weiß, die letzten Nächte war ich ja da und dann bin ich jetzt ein bisschen müde. Und, äh, heute mal, heute mal, heute mal, heute mal, bitte nicht voll müde, ey. Vorsicht. Ich weiß, ich habe noch eben hier einen Bericht für den Herrn Jones, ja. Ja, das können Sie auch an einer anderen Leitstelle machen, haben Sie Ihre Ruhe. Nee, das mache ich oben im Ohr. Oder so, ja. So. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Auf jeden Fall, heute war der Streamer echt geil. Das waren jetzt einfach acht Stunden, Leute. Eight hours. Am Sonntag in 12 Uhr, oder was? Morgen kann ich nicht mal wieder ausschlafen. Heute um 8 Uhr ausstehen. Gestern um 8 Uhr ausstehen. Boah. Jetzt alle im Chat. Das ist doch nun mal. Bibli, 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 Bibli. Ah, das ist ja meine Hose. Wie lange ist irgendjemand im Chat, der tomorrow auf Arbeiten muss? Tell me this truth. Oh, was macht der denn beruflich? Also heute hatten wir bis auf die TS-Probleme nix. Ja, die Crashes sind anscheinend, ich würde es gar nicht aussprechen, fast behoben. Und jetzt müssen wir uns an unserem Teamspeak kümmern, aber da sind die schon dran. Und dann, meine Freunde, läuft der nicht, neben dem Job beim Pizzaladen. Ehre. Und am Sonntag nicht vergessen ist auch die Community-Besprechung. Die werde ich, ähm, dann streamen, hier. Aber der Stream, der startet am Sonntag um 13 Uhr. Busfahrer bei der RSVG. Ehre. Die sollen wir mal bei der RSVG die Möglichkeit geben, Video zu drehen, Alter. Wir wollen mal Bus fahren. Haben Sie einen schönen Tag, ja? Gute Nacht. Gute Nacht, tschüss. Boah. Keine Ahnung. Schönen Abend noch, Herr Moskera. Adios, gleichfalls. Aber bei HCR, na. Was ist denn HCR? Eigentlich wollen wir ja keine Übersprechung machen. Aber das ist eine Ausnahme. Wollt ihr Leute eigentlich auch in 12 Uhr durchziehen können, ne? Vier Stunden noch. Aber nee. Das machen wir schon am Sonntag. Komm hier auf Sonntag, Chat. 13 Uhr geht er los. Wir sind together. Dresa. Stream. Guck mal, trifft Leute. Der war nicht schlecht. Komm mal einparken. Ist nicht so. Pandorina. Wie geht's dir? Ab ins Apartment. Ist Zeit zu schlafen. Ja, ich kümmere mich mal um die Polizeiboot und den Helikopter, Leute. Da wird langsame Zeit. Also, Peak war heute 195 Spieler, Chat. 195, Alter. Es wird. Ja, drücke E, um das Menü zu erinnern. Ich tue das, aber es geht nicht. Ah, jetzt. Es wird langsam. Der Server wird langsam größer. Und jetzt kommen, wenn die Abstürzer weg sind, auch endlich neue Funktionen. Ah, ist das toll. So, Chat. Thank you for the great night. Und wir sehen uns dann morgen nicht, also am Samstag nicht, aber am Sonntag. Ein 12-Stunden-Stream ab 13 Uhr live mit GDA Roleplay. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid. Wird Jones in den Knast wandern? Wird Walli die Verbrecher jagen? Das alles und mehr am Sonntag 13 Uhr Chat. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis dahin und bleibt immer artig und denkt dran, Hakuna ma Tata. Ne? Gute Nacht!